Willkommen zu einem weiteren Notorien in der Tutorialreihe zu unserem Betonbar-Projekt und in diesem Notorien möchte ich zeigen, wie wir letztlich unseren Träger auch bauen können. Ich hatte ja in den vorangegangenen Tutorials gezeigt, wie wir zunächst einmal die Profile erzeugen können, um dann halt diesen Träger hier zu modellieren, diese verschiedenen E-Profile. Dann haben wir uns angeschaut, wie lassen sich die Auflager modellieren und auch dann im Modell, also in unserem System dann auch entsprechend platzieren und wie man das System auch entsprechend erstellt, das hatten wir uns auch schon angeschaut in einem Tutorial-Video. Vor allen Dingen, das Erstellen ist ja das eine, aber das ganze Parametrisieren war das andere. Und jetzt möchte ich halt zeigen, wie man jetzt hier in dieses System den Träger einbauen kann, besser gesagt integrieren kann. Und da müssen wir natürlich auch einige Dinge beachten, vor allen Dingen auch die Parametrik ist hier die Besonderheit in dieser Tutorial-Reihe. Ich zeige es hier nochmal. Also hier sieht man schon mal das Endprodukt, hier unseren Träger und wenn ich jetzt hier auf Verwalten, dann auf globale Parameter gehe, dann haben wir hier drei Hauptparameter, die hier quasi eingegeben werden können für diese drei Längen, hier L1, L2 und L3 hier hinten. Und wenn ich jetzt hier mal die Längen ändere, zum Beispiel hier vorne nur ein Meter, hier in der Mitte machen wir vielleicht sieben Meter und hier hinten vielleicht, ja auch, machen wir vielleicht drei Meter. Und wir gehen auf Anwenden, dann sehen wir hier, wie sich die Gesamtlänge ändert, sie wird natürlich berechnet und wie man hier dieses System entsprechend anpasst. Ja, und das ist natürlich jetzt gewisse Funktionalität, die wir uns hier einbauen wollen, die wir hier umsetzen wollen in unserem Revit-Projekt. Das ist keine Familie mehr, das ist jetzt ein Revit-Projekt. Und es gibt noch ein paar andere kleine Besonderheiten hier, zum Beispiel ist auch dieser Träger hier parametrisiert, das heißt, ich kann jetzt hier zwischen verschiedenen Typen auswählen. Ich habe mal drei erzeugt insgesamt, das ist hier eine mittlere Größe, dann hier eine kleinere Größe oder hier dann ein größerer Träger. Und da kann man natürlich noch mehrere Typen anlegen, das ist jetzt hier nochmal ein Beispiel. Ich gehe mal zurück zur mittleren Größe und es gibt ja auch noch drei verschiedene Detaillierungsgrade. Einmal hier, das ist jetzt fein, da sind wir gerade drin, dann sieht man hier die Wuten auch, dann gibt es einen mittleren, hier ist die Detaillierungsgrade, mittleren Detaillierungsgrad. Oh, die habe ich jetzt gar nicht implementiert. Ups, hier ist in der falschen Vorlage drin. Gut, dann zeige ich ihn dann hier im Träger selber und es gibt noch einen, ich hoffe, der funktioniert grob. Ja, der geht wieder, wo man dann hier den Träger nur noch symbolisch dargestellt sieht. Die Auflage mit Auflagersymbolik und den Träger nur noch als Linie. Und ja, das wollen wir uns anschauen, wie das geht. Vielleicht noch zum Detaillierungsgrad, mittler, den gebe ich, hoffe ich, hier sieht man nochmal die Trägerfamilie. Der Trägerfamilie aussieht, hier sieht man jetzt, dass die beiden Detaillierungsgrade, wenn ich hier mal einschalte, hier die Vorschau ein und dann kann ich jetzt hier umschalten zwischen Fein mit Wute, dann Mittel, dann sieht man hier ohne Wute einfach nur ein einfaches T-Profil und bei grob möchte ich hier einfach nur eine Linie sehen. So, soviel dazu. Das wollen wir jetzt erstellen und fangen wir damit an. Zunächst gehe ich da wieder auf Datei und Neu und auf Familie. So, also Neu und dann ganz wichtig, wir gehen hier auf Familie. Und hier ist jetzt ganz wichtig, welche Familienvorlage Sie hier wählen. Wir scrollen hier ganz runter und finden hier unten Skelettbauunterzugstrebe. Ich würde empfehlen, diese zu verwenden, weil das ist einige der wenigen Vorlagen, die auch ein analytisches Modell beinhaltet. Ja, das analytische Modell, das erlaubt Ihnen dann in Revit direkt das Ganze auch schon analytisch zu modellieren und dann meinetwegen in ein Statikprogramm zu exportieren, dort berechnen zu lassen. Und will man dieses Feature haben, dann geht das nur mit bestimmten Familien. Unter anderem unterstützt das hier diese Skelettbauunterzug- und Strebefamilie, die kann das. Und man kann das auch nicht umschalten. Also man könnte jetzt nicht auf die Idee kommen, sagen, gut, ich nehme halt hier einfach allgemein Skelettbau und modelliere es dann damit. Ja, da kriegen Sie kein analytisches Modell im Nachhinein mehr rein. Es gibt auch noch ein paar andere Funktionalitäten, die da mitkommen, aber die lassen sich eventuell kompensieren, die sind nicht ganz so schlimm aus meiner Sicht. Aber gerade das analytische Modell, das ist im Nachhinein nicht mehr korrigierbar. Also wer das braucht, der sollte unbedingt dann mit dieser Vorlage arbeiten. Und ja, das bitte ich bitte zu beachten. Es gibt allerdings dann ein paar Probleme, die man berücksichtigen muss bezüglich der Parametrik. Darauf werde ich dann noch eingehen. Das hat mich eine Weile gekostet, das herauszufinden, wie man das dann auch entsprechend verwenden kann, dass das Ganze auch parametrisch wird. Das geht zum Beispiel mit einer allgemeinen Skelettbauvorlage besser. Ja, ich könnte auch, wenn ich das analytische Modell nicht benötige und ich bräuchte irgendeinen Sonderträger, ja, der jetzt, uns ging nur um das Geometriemodell, dann könnten Sie auch mit allgemeinen Skelettbauvorlage arbeiten. Aber das würde ich nur machen, wenn es wirklich nicht anders geht. Den Träger, den wir haben, der ist natürlich relativ simpel, den kann man durchaus auch hier mit dieser Skelettbauunterzugstrebevorlage machen. Also nehmen wir das jetzt, gehen auf Öffnen. Jetzt öffnet sich hier die entsprechende Vorlage. Und der erste Schritt sollte wieder sein, das Ganze abzuspeichern. Gehe also hier auf Speichern und speichere das Ganze hier schon mal unter meinem Betonbauprojekt ab. Da habe ich schon mal in Ordnung angelegt. Revit, Projekte, ah, das Projekt ist ja Familie. Hier, Familien und das wäre dann hier, Sie sehen, da gibt es schon einige Versuche. SDP-Träger, vier wäre das mittlerweile. Und wir gehen auf Speichern. So, der nächste Schritt sollte sein, die Einheiten zu überprüfen. Und dazu gehe ich auf Verwalten und Projekteinheiten. Und hier, es ist, meines Wissens ist es so, dass bei den Familienvorlagen in der Regel immer Millimeter eingestellt ist. Kann man machen, können Sie beibehalten. Von mir aus können Sie auch mit Zoll oder sonst was arbeiten. Man muss es halt nur berücksichtigen, dann bei der Eingabe der ganzen Werte. Ich werde allerdings mit Zentimeter arbeiten, schalte also hier um und wähle hier Zentimeter aus. Wichtig ist allerdings, wenn Sie mit Zentimeter arbeiten, dass Sie nicht unbedingt hier das Ganze auf ganze Zentimeter runden. Ja, weil sollten Sie sich dann doch irgendwie Millimeter ergeben, dann werden die quasi weggerundet. Und Sie sehen sie dann nicht. Ja, und das ist ein bisschen gefährlich. Das heißt, selbst wenn Sie eigentlich vorhaben, nur mit ganzen Zentimetern zu arbeiten, empfehle ich Ihnen trotzdem hier im Entwurf immer, also zumindest eine Dezimalstelle anzeigen zu lassen. Also sprich, einen Millimeter anzeigen zu lassen. Weil dann sehen Sie eventuell, dass es irgendwelche Ungenauigkeiten gegeben hat. Und Sie können das noch korrigieren. Ja, wenn Sie auf die Idee kommen, hier dieses komplett auszublenden, dann können die ja trotzdem entstehen aus irgendeinem Grund. Ja, durch irgendwelchen Zusammenschluss von irgendwelchen Bauteilen. Aber Sie sehen sie nicht. Ja, deswegen mein Tipp, einfach hier sich trotzdem einen Millimeter anzeigen zu lassen. Einheitensymbol, das brauchen wir nicht unbedingt. Null, Nahrung, Komma tun wir unterdrücken. Ja, das finde ich gut. Und den Rest können wir soweit übernehmen. Fläche würde ich auch sagen, da gehen wir hier auf Quadratzentimeter. Das macht, glaube ich, bei den Bauteilen hier mehr Sinn. Also Quadratzentimeter, zwei Stellen nach einem Komma. Ja, kann man lassen. Kein Einheitensymbol, Nullen wollen wir dennoch unterdrücken. Die Volumen können wir eigentlich wieder in Kubikmeter ausdrücken. Das macht dann durchaus Sinn. Den Rest können wir, glaube ich, soweit ignorieren. So, was wir hier sehen, ist schon mal ein Träger. Der ist schon mal hier drin. Wir sehen hier zwei verschiedene Detaillierungsgrade. Wenn wir hier mal umschalten, hier auf die Vorschau, die Vorschau aktivieren, der Detaillierungsgrad, dann sehen wir jetzt hier, ist momentan nichts zu sehen. Wenn wir jetzt hier auf Mittel gehen, dann sehen wir hier den Träger. Und wenn wir auf Grob gehen, dann müssen wir normalerweise die Modelllinie sehen. Okay, die sehen wir da nicht. Das ist seltsam. Tun wir da mal die Vorschau ausschalten. Dann sehen wir wieder, was hier los ist. Und klicken wir die mal an. Und gehen hier auf Sichtbarkeit, Einstellungen. Müsste eigentlich zu sehen sein. Grundrissebene, Deckenplan, vorn, hinten. Eigentlich hätte man sie sehen müssen, warum es jetzt nicht zu sehen ist. Bin ich im Moment überfragt. Aber wir werden die sowieso verändern müssen. Deswegen ist das nicht ganz so schlimm. Können wir das mal so lassen. So, mein Tipp ist immer, wenn Sie mit dieser Vorlage arbeiten, schmeißen Sie erstmal gar nichts raus. Ich würde jetzt auch unseren Träger einfach drüber modellieren. Und wir führen den alten Träger, also den Vorlageträger, einfach mit. Bevor wir das allerdings machen, möchte ich gerne mal diese Familie hier simulieren. Und Ihnen zeigen in dem Projekt, wie die eigentlich funktioniert. Weil dann wird ja einiges klar, was auch diese Referenzebenen hier bedeuten. Dazu werde ich jetzt, ich habe hier schon mal ein Projekt erstellt. Hier, das sehen Sie hier, das ist ein Testprojekt. Und das wollen wir nicht speichern. Und da erzeuge ich jetzt hier mal ein paar Stützen. Und auf die Stützen kommt dann unser Unterzug. Und damit das relativ schnell geht, habe ich hier schon mal einen Raster reingelegt. Wenn man mit Raster arbeitet, geht das dann, oder Achsraster, kann man das dann relativ schnell dann umsetzen. Ich gehe also hier auf Ingenieurbau, dann auf Stützen und wähle jetzt hier irgendeine Stahlbetonstütze raus. Weil das System relativ groß ist, nehme ich hier mal auch große Stützen, damit das besser zu sehen ist. Wichtig ist hier nochmal die Einstellung der Höhe. Das muss man auch sehen, wir sind jetzt hier auf Ebene 0. Und ich sage jetzt, dass wir von Ebene 0 bis Ebene 1 gehen. Das passt. Und dann sage ich hier, an Raster ausrichten. Und jetzt wähle ich einfach hier das Raster aus. Und an all diesen Kreuzungspunkten entstehen dann hier diese Stützen. Gehe auf Fertigstellen. Und wenn Sie das so machen, dann haben Sie eigentlich schon eine Parametrik, die von Haus aus mitkommt. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier diese Rasterlinie anfasse und hier verschiebe, dann sehen Sie, dann geht die Stütze mit. Ja, dasselbe geht auch in die andere Richtung. Ja, das müssen Sie gar nicht irgendwie parametrisieren. Also diese Funktionalität wird automatisch vom System so übernommen. Wenn Sie jetzt die Stützen so verlegen, wie ich es hier gezeigt habe. Und jetzt können wir hier unseren Träger drauf platzieren. Und dazu wechsel ich wieder in meine Trägerfamilie. Und da ist ja schon was drin. Wir können hier mal auf eine 3D-Ansicht gehen. Dann sehen wir ihn auch noch ein bisschen besser. Das ist hier unser Träger. Und den werde ich jetzt in Projekt laden. Wähle hier mein Testprojekt aus. Das ist dieses. Halt, das habe ich nicht so ausgewählt. Also nochmal das Projekt. Und ich hätte vielleicht, ja, ist egal. Jetzt kommen wir in die 3D-Ansicht, fürchte ich. Ne, wir sind hier drinnen. Gut, passt. In die Draufsicht auch hier wieder checken, wo soll er hin. Er soll auf die Ebene 0, soll er nicht. Er soll auf die Ebene 1, also oben drauf. Werden wir es zwar jetzt nicht sehen, aber das quasi auf den Stützen jetzt oben drauf. Und dann den Rest können wir übernehmen. Das ist eh unser Träger, den wir hier erzeugt haben. Und gehen jetzt hier auf den Raster. Und machen dasselbe. Wählen wir das Raster aus. Und jetzt werden wir nicht sehen, wenn wir fertigstellen gehen, weil wir sind auf der falschen Ebene. Wenn wir jetzt allerdings eine Ebene weiter höher gehen. Auf Ebene 1. Hier. Dann sehen wir hier unsere Träger. Das können wir uns auch nochmal in 3D anschauen. Und hier sind jetzt quasi unsere Träger verlegt. Und hier sieht man eben, dass er jetzt hier das Ganze automatisch einrückt. Ja, man sieht hier, das ist der Knotenpunkt. Ja, hier wird das Ganze dann auch im analytischen Modell dann später verknüpft. Und hier tut das Ganze dann einrücken. Und ich denke, ich weiß das erst gesagt nicht genau. Aber ich vermute, dass die Referenzebenen, diese hier, dazu da sind. Ja, um das hier zu steuern. Ja, diese ganze Einrückung und so weiter. Deswegen mein Tipp, behalten Sie diese bei. Ja, Sie sehen hier nochmal den Träger. Ja, er wird ja automatisch eingerückt. Hier haben Sie auch noch einen Griff dafür. Können Sie das weiter einrücken. Sie können theoretisch aber auch rausziehen. Ja, mit diesen Griffen. Solche Sachen konstruieren. Und wichtig ist allerdings, wenn ich den jetzt hier rausziehe, die Trägerlänge bleibt davon 4,1 Meter. Unbeeindruckt, ne? Wenn ich das hier schiebe, bleibt das so. Ja, das bitte beachten. Ja, zumindest diese Länge und auch das Volumen. Ändert sich. Jetzt haben wir 0,31. Doch, das ändert sich schon. Und die Länge, das ist quasi die Stützweite. Da muss man ein bisschen aufpassen, wie sich das Ganze hier ermittelt. Ja, also die Länge bleibt, das zeigt er, mit Länge meint er also nur diese Stützweite. Und, aber das Volumen ändert sich dann schon, wird dann schon größer beziehungsweise kleiner. Da muss man eben ein bisschen aufpassen, ja, wie sich das Ganze zusammensetzt. Das kommt alles mit der Familie mit. Das ist vor allem nicht ganz unwichtig, dann später bei der, bei der Massenanmittlung und so weiter. Ja. So, und man sieht auch hier wieder, wenn ich jetzt zurückgehe, hier auf meine Referenz, also auf meine Draufsicht, können jetzt hier wieder die Raster in den Schieben. Man sieht, die Träger kommen mit. Wichtig ist allerdings hier, die Träger hängen an den Stützen, ja, und nicht an die Referenz-Ebene. Also die Reihenfolge ist hier so, die Stützen hängen an den Raster-Ebenen und die Träger an den Stützen. Das heißt, wenn ich eine Raster-Ebene schiebe, dann schiebe ich die Stütze und mit der Stütze den Träger. Ja, das muss man ein bisschen wissen. Und da habe ich jetzt gar nichts eingestellt. Das kommt quasi vom System so mit. Und da muss man eigentlich gar nichts machen, ja, das, wenn Sie jetzt hier mit so einem Standard arbeiten. Ja, okay. Okay, deswegen sind auch hier diese verschiedenen Referenz-Ebenen dazu da, auch hier mit der Länge und so weiter. Wobei die Länge wiederum nicht die Länge ist, die ihr dort dann anzeigt. Oder beziehungsweise, ja, wenn wir hier mal reingehen, dann sehen wir hier Länge-Vorgabe. Ja, normalerweise müsste es eigentlich die Länge sein, auch wenn ich es rausziehe. Also so richtig schlau bin ich ehrlich gesagt nicht daraus geworden, was jetzt wirklich die einzelne Bedeutung ist von diesen Referenz-Ebenen. Ich würde sie allerdings nicht empfehlen, sie ohne Not zu löschen. Ja, falls jemand da irgendwo eine Quelle kennt, wo man das mal nachlesen kann, schreibt es bitte in die Kommentare. Also so richtig eindeutig äußern möchte ich mich dazu ehrlich gesagt nicht. Ich würde sie im Zweifelsfall erst mal drinnen lassen und mich einfach hier an diesem Modell hier orientieren und meinen Träger genauso modellieren, wie dieses Modell bereits modelliert ist. Man kann ja auch nochmal das Ganze ermitteln, den man hier sieht. Wir haben hier links, also wenn Sie die Referenz-Ebene anklicken, dann zeigt er Ihnen hier an, was die bedeutet, was die Funktion ist, beziehungsweise auch den Namen. Ja, man sieht das als die linke Seite vom Träger und das wäre dann die rechte Seite vom Träger. Das sehen wir jetzt hier, das wäre dann das linke Stabende und das wäre dann hier das linke Einfüge-Symbol. Hier auch das rechte Stabende und hier wieder das Einfüge-Symbol. Obwohl, ich glaube, mit Einfügen meint man, gehen wir hier nochmal rein, wenn wir hier den Träger anklicken, hier diese Griffe, ja, die sind nicht ganz unwichtig. Und wichtig ist ja auch, dass diese Funktionalität, die kommt hier softwareseitig mit. Also ich habe zum Beispiel dann auch mal versucht, hier irgendwas anderes einzubauen und wenn ich den Träger dann ins Projekt geladen habe, war die Funktionalität verschwunden. Das heißt, man könnte hier auch theoretisch ein paar Fehler machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man hier alles mögliche einen Fehler machen kann, aber gewisse Fehler oder Funktionalitätsänderungen kann man hier vornehmen, aber es bringt eigentlich gar nichts. Alsobald Sie den Träger einfügen in Ihr Projekt, wird er quasi softwareseitig dann mit einem Haufen, mit einer Funktionalität versehen, die Sie von hier aus meines Wissens gar nicht steuern können. Was meine ich damit, wenn Sie, Sie sehen, ich habe hier so gut wie, ich habe hier nur zwei Parameter jetzt hier momentan in der Vorlage drin. Wenn ich allerdings jetzt hier in den Träger reingehe und mal anklicke, dann sehen Sie hier, ich habe hier einen Haufen Parameter, ja. Ein paar lassen sich steuern, wird auch zeigen wie, ja, aber einige, die kommen mit, da haben Sie meines Wissens gar keinen Zugriff drauf. Zumindest ist es nichts ohne weiteres. Ja, also hier zum Beispiel, dann sehen Sie hier gewisse Elementparameter, zum Beispiel haben wir jetzt hier, dass die Länge, das dürfte die Länge sein, witzigerweise wird die aber nicht geändert. Ja, wenn ich das hier so rausziehe, ich vermute mal, dass man dann eventuell, wenn man das hier so rauszieht, den Träger verlängert, dass man eventuell dann Folgendes macht. Aber das ist nur eine Vermutung meinerseits, dass man wahrscheinlich diese Kante einfach hier über diese hinaus zieht, ja, und dass dadurch die Länge hier konstant bleibt. Ja, ist eine Vermutung von mir, aber es kommen auch einige Typenparameter mit. Na gut, das jetzt, ne, ich habe jetzt hier noch den Träger ausgewählt, hier. Ja, auch hier kommt einiges mit, auf die Sie jetzt nicht direkt Zugriff haben. Nun, man kann die, wie bereits erwähnt, die Eigenschaften, bzw. die Funktionalität durchaus auch steuern hier, und das möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, wie das geht. Zumal das auch ein paar wichtige Dinge sind, die man beachten muss in unserem Kontext. Und das eine ist zum Beispiel das Materialverhalten. Und wenn Sie hier auf die Familienkategorie gehen, hier oben, auf diese Schaltfläche, ich schreibe nochmal drauf, ja, dann sehen Sie hier zunächst erst einmal, dass Sie hier theoretisch auch noch umschalten könnten für eine andere Verwendung. Allerdings aufpassen, ja, dann gehen gewisse Funktionalitäten verloren, wie zum Beispiel das analytische Modell und so weiter, ja, das bitte beachten. Und je nachdem, was für eine Kategorie Sie hier gewählt haben, steuern Sie natürlich dann später auch das Verhalten im Projekt Ihrer Familie, ja, also ein Möbelteil wird dann anders, eine andere Funktionalität, bekommt dann softwareseitige andere Funktionalität hinterlegt im Revit-Projekt als zum Beispiel ein Träger, ja, oder ein Geländer oder ein Grundstück. Und man sieht es auch schon hier, wenn ich zum Beispiel Sie umschalten würde auf Möbel, dann sieht man hier unten, gibt es dann auch andere Parameter, die man hier einstellen kann. Ja, also mit diesen Eigenschaften kann man auch noch ein bisschen diese Funktionalität steuern. Wenn ich zum Beispiel auf Grundstück gehe, dann kann ich andere Sachen mit untersteuern als zum Beispiel bei Skelettbau. Aber aufpassen, die Kategorie Skelettbau verleitet dazu zu glauben, dass jetzt, wenn ich Skelettbau habe, dass jetzt sämtliche Skelettbauteile dieselben Funktionalitäten haben, aber das stimmt nicht so. Also, ich weise nochmal darauf hin, ich habe es am Anfang schon gesagt, dass das analytische Modell nur bei der Familienvorlage unter zu gestreben vorhanden ist, ja. Es gibt noch andere Skelettbau-Familienvorlagen, die haben aber das analytische Modell nicht, ja. Die teilen dann zwar alle dieselbe Kategorie, dennoch steuern sie zunächst erst einmal, und es ist ganz, ganz wichtig, auch hierzu mit zu erwähnen, über die gewählte Vorlage auch die Funktionalität. Das heißt, wir sind ja auf Datei neu gegangen, haben eine Familienvorlage gewählt, und allein schon, welche Vorlage Sie dort wählen, da wird im Prinzip schon eine gewisse Funktionalität festgelegt, die Sie auch im Nachhinein nur noch zum Teil korrigieren können, indem Sie hier dann zum Beispiel eine andere Kategorie wählen. Ja, aber das geht nicht komplett, ja. Sie sehen zum Beispiel hier die Sache mit dem analytischen Modell, das geht im Prinzip, können Sie nur über die Vorlage hier steuern. Ja, das geht dann nicht einfach mal über die Kategorie. Ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel, und ich vermute, es gibt auch noch andere Dinge, die wirklich dann nur über die Vorlage mitkommen, die man auch im Nachhinein nicht mehr korrigieren kann. Ja, das bitte berücksichtigen, deswegen ist es extrem wichtig, dass Sie die richtige Vorlage auswählen, und wenn Sie sich unsicher sind, dann empfehle ich immer, nehmen Sie die Vorlage und testen Sie die Vorlage erst mal eine Weile, bevor Sie sich dort einen Haufen Zeit für die Modellierung aufbringen und erst am Schluss testen und dann feststellen, dass die falsche Vorlage war, weil die Funktionalität nicht mitkommt. Okay, also das können Sie hier einstellen, die Kategorie, und dann finden Sie unten zum Beispiel noch so ein paar Dinge zu dieser Kategorie, was Sie einstellen können. Die finden Sie übrigens auch hier drüben, ja, also wenn Sie jetzt hier nichts ausgewählt haben, Sie befinden sich in irgendeiner Ansicht in Ihrem Familieneditor und haben jetzt nichts ausgewählt, dann können Sie hier oben auch nochmal die Familieneigenschaften einstellen, ähnlich wie Sie das hier machen können, ja. Ich weiß, ich vermute mal, dass sämtliche Eigenschaften, die Sie hier, die Familienparameter, die Sie hier finden, finden Sie auch hier. Und deswegen mache ich jetzt mal hier drüben weiter, und zunächst erst einmal werde ich hier das Materialverhalten mir anschauen, zum Beispiel habe ich jetzt hier Sonstiges eingestellt. Und wenn wir den Träger jetzt mal in unser Referenzprojekt reinschmeißen, das heißt, hier in Projekt laden, und testen wir das Ganze mal aus. Und jetzt haben wir den Träger hier mal schnell noch bauen, hier ist unser, den tun wir rauslöschen, das ist ein bisschen groß geworden, das schieben wir ein bisschen zusammen, damit das ein bisschen deutlicher zu sehen ist. Und jetzt klicken wir den mal an, und da haben wir jetzt hier zum Beispiel, ich persönlich vermute, wenn Sie Sonstiges wählen, dann schmeißt er, glaube ich, nahezu, ja, ein paar Eigenschaften mit rein. Ja, zum Beispiel bei Sonstiges finden Sie auch hier Bewährungseigenschaften und so weiter. Aber ich empfehle eigentlich immer, wenn Sie jetzt diese Kategorie Sonstiges nicht ohne in Not auszuwählen. Ja, übrigens, wir unterscheiden Elementeigenschaften, ja, und Typeneigenschaften, das sind nochmal die Typeneigenschaften, die gelten dann für alle Elemente dieses Typs, ja, während die Elementeigenschaften nur für die speziellen Träger gelten. Und, wie gesagt, je nachdem, was für Materialverhalten Sie gewählt haben, ändern sich ja auch die Parameter, bei den Typen, als auch bei den Elementen. Ich werde es jetzt nochmal zeigen, ich gehe mal jetzt wieder zurück in meine Familie und gehe jetzt hier mal nicht auf Sonstiges, sondern auf Holz. Ja, dann gehe ich wieder in Projektladen, jetzt wird das Ganze überschrieben, überschreiben wir das Ganze, klicken jetzt den Träger an und da sehen wir, jetzt haben wir hier andere Eigenschaften. Ja, als was Sie sonst hatten. So, das ist das eine, ja, dieses Materialverhalten und wenn wir es nochmal umschalten, was wir jetzt, ich würde jetzt mal das einstellen, was wir entsprechend verwenden wollen. Ich gehe also zurück hier in meine Familie und jetzt kann man wählen zwischen Beton und Fertigbeton. Ja, ich empfehle hier Fertigbeton, es macht glaube ich am meisten Sinn. Und Sie werden sehen, da sind noch ein paar Unterschiede, je nachdem, ob Sie Beton oder Fertigbeton gewählt haben. Ja, ich glaube, die meiste Funktionalität haben Sie, wenn Sie Fertigbeton wählen. Beton heißt dann quasi, ich glaube, auf der Baustelle betoniert, ja, und dann, wir können es mal ausbilden, gehen wir hier auf Fertigbeton, gehe jetzt wieder in Projektladen, überschreibe das. Und da kann ich zum Beispiel hier, wenn ich Fertigbeton wähle, habe ich zum Beispiel hier diese Griffe und kann das hier noch verlängern, ja, hier den Träger. Und habe hier noch die Möglichkeit, das auch nochmal parametrisiert einzustellen. Wo war das jetzt hier zum Beispiel die Stabverlängerung am Anfang oder am Ende. Und wenn ich zum Beispiel jetzt hier Beton wähle, ich gehe nochmal auf Rückgängig und gehe in die Familie, wähle jetzt Beton, sage hier in Projektladen, überschreibe das Ganze wieder, klick den Träger an. Da gibt es die Stabverlängerung nicht mehr, ja, da ist das nicht möglich, ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten, das muss man halt wissen, ja, je nachdem, was für Materialverhalten Sie da eingestellt haben, ja, ändern Sie, damit können Sie auch die Funktionalität steuern, Ihre Parametriker dann später im Projekt. Das bitte beachten. Ein weiteres wichtiges, ähm, Einstellungen, die ich hier mit erwähnt sollte, äh, die auch hier oben zu finden sind, beziehungsweise dann hier, äh, ist die Sache mit den Profilen, mit der Querschnittsform, ja, aktuell ist ja eingestellt, nicht definiert, ja, und man könnte auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich kann ja hier einen Querschnitt wählen, da wollen wir mal reinschauen, ja, und Sie können hier, äh, theoretisch, äh, hier so einen Standard übernehmen. Und Sie finden hier allerdings, das, was wir brauchen, nicht wirklich, ja, das sind eher Standards, die jetzt hier aus dem Stahlbau kommen, und wenn Sie mit diesen Standards arbeiten, dann muss man hier einiges beachten. Zunächst schauen wir mal rein, hier in unsere Parametereigenschaften, dazu gehe ich hier rein, auf Familientypen, und da sehen wir hier, wir haben momentan ja nur diese zwei Parameter, die mitgekommen sind mit der Vorlage, ja, das ist einmal tragendes Material und Länge. Und wenn ich jetzt hier so einen Standard nehme, zum Beispiel, ich nehme jetzt einen, der unserer Sache am nächsten käme, ja, zum Beispiel hier dieser vielleicht, ähm, und wir gehen auf OK. Dann schmeißt er uns hier all diese Parameter rein, die wir dann übernehmen müssen, ja, weil es ist ja ein Standard, ja, der, den hier Revit vorgibt. Und, äh, und dann müssen wir natürlich auch die Parameternamen entsprechend verwenden und aber auch die ganzen Parameter hier setzen, ja, also die Parameter, das sind geometrische Parameter, die müssten hier dann eingegeben werden, wie Breite, Höhe, Flansch, Stege, Stegdicke, etc. Aber die anderen Sachen müssten dann berechnet werden, ja, und das ist natürlich dann sehr aufwendig, all diese ganzen Berechnungen hier einzugeben, und, äh, zumal wir das eh nicht brauchen. Ich glaube, dieser Workflow empfiehlt sich dann eher im Stahlbau, ja, wir sind jetzt hier im Betonbau, das heißt, im Stahlbau könnte man das verwenden. Und ich glaube sogar, um das selber ausprobiert zu haben, dass es vielleicht sogar wichtig ist dann, wenn Sie diese ganzen Anschlussprofile im Revit zuordnen wollen, ja, dann ist natürlich, für die Anschlussprofile ist es natürlich wichtig, äh, also für die Knotenpunktprofile, wenn Sie meinetwegen jetzt einen Träger mit einer Stütze verbinden und so weiter, und da gibt es ja in Revit die Möglichkeit, auch in Revit bereits im Revit da spezielle Anschlüsse zu wählen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass diese Standards hier, dass diese Träger und Stützen und so weiter, die Teile, die verbunden werden, diesen Standards hier folgen. Vermute ich, ich weiß es nicht, ja, und da macht es wahrscheinlich Sinn, mit diesen Sachen zu arbeiten. In unserem Fall macht das wenig Sinn, ja, weil a, die Profile, die hier angeboten werden, für uns sowieso nicht passen, ja, zumindest nicht, was die feine Darstellung angeht mit dieser Abrundung, bzw. mit unserer Wute, ja, und b, brauchen wir auch nicht die ganzen Parameter im Moment. Daher wäre es auch viel zu aufwendig, die hier zu setzen, bzw. dann hier die ganzen Fummel einzutragen, weil die sind natürlich nicht so einfach, hier das alles zu übernehmen und zu berechnen. Was ich wirklich schade finde, ist, dass Revit nicht von sich aus schon die ganzen Fummel hier einträgt. Warum sie das nicht machen, weiß ich nicht, finde ich wirklich schade. Vielleicht ist auch ein tieferer Sinn dahinter, müsste man nochmal nachrecherchieren. Ich habe noch eine Vermutung, an der es vielleicht liegen könnte, vielleicht will Revit bewusst selber nichts berechnen, um auch dann nicht irgendwie in Regress dafür genommen zu werden, ja. Weil, wenn die Fummel jetzt hier schon voreingetragen wären, dann kann man natürlich immer noch daran rumspielen. Gut, man könnte da sperren, und ja, also ich weiß es nicht. Fakt ist, man müsste jetzt diese ganzen Fummeln hier eintippen, ja, wie für Trägheitsmoment, Tursionsmodul, Weltwiderstand, all dieses ganze Zeug, müsste man sich quasi neu berechnen, und hier berechnen lassen. Und der Aufwand lohnt sich, wenn man das dann öfters braucht, dann macht es vielleicht Sinn, sich mal die Mühe zu machen, um das hier entsprechend einzugeben. In unserem Fall wäre das jetzt hier weit überzogen. Ich habe es nur erwähnt, ja, für den Fall, dass sich jemand dafür interessiert, beziehungsweise darüber stolpert, aber ich werde das hier nicht verwenden, weil ich A, nicht im Stahlbau bin, sondern im Betonbau, da machen diese Standards wenig Sinn, und B, ich auch den Aufwand hier nicht mir antun möchte, hier alles auszufüllen. Deswegen gehe ich hier auf Abbrechen, und gehe nochmal auf Rückgängig, und gehe auf Nicht definiert, aufpassen, ja, selbst wenn Sie jetzt hier, ich zeige es nochmal, jetzt ist wieder alles raus, selbst wenn Sie jetzt hier ein Profil wählen, ich sage jetzt hier einfach mal irgendeins, ja, auch nennen wir das I-Profil, hier dieses, und jetzt haben wir die ganzen Parameter drin, wir können sie auch nicht löschen, hier sehen Sie es ausgegraut, ja, das geht nicht, aber selbst wenn ich jetzt wieder auf Nicht definiert gehen würde, ich hoffe, das wird noch angeboten, gibt es schon gar nicht mehr, Sie sehen, Sie kommen da gar nicht mehr zurück, das ist rückgängig, ich komme da, glaube ich, gar nicht mehr raus aus dem Spaß, doch, hier ist es nicht definiert, ja, dann bleiben die Parameter trotzdem noch, nein, sie sind wieder draußen, okay, das habe ich mittlerweile geändert, früher sind sie, glaube ich, drinnen geblieben, jetzt sind sie quasi wieder draußen, ja, also Sie können das einfach über Nicht definiert gehen, jetzt natürlich auch, ja, dann sind sie wieder weg, so, okay, soviel dazu, okay, ich glaube, ich kann jetzt einigermaßen hier erläutern können, wie das Ding ungefähr funktioniert, und jetzt wollen wir unser System hier entsprechend adaptieren, das wechsel ich jetzt hier zurück in unsere Referenzebene, und ich würde immer empfehlen, erst mal anzufangen, hier die Profile reinzuholen, die wir brauchen, wir wollen ja hier einen Träger modellieren, hier nochmal die Vorlage, der, ach so, gehen wir hier auf Fein, der hier aus einem gewuteten E-Profil, ja, und einem normalen E-Profil besteht, und dazu brauchen wir, die Profile haben wir schon erzeugt, die holen wir uns jetzt rein, dazu wieder zurück in unsere Familie, und wir gehen hier erst mal in Projektladen, äh, Quatsch, Entschuldigung, wir gehen hier auf Einfügen und in Familie laden, das habe ich hier, und es geht jetzt in unser Projektordner, Betonbauprojekt, Familien, also Revit, dann Familien und laden uns jetzt hier die Familie rein, wir brauchen einmal das Stahlbetonprofil ohne Wute und hier einmal mit Wute, beide kommen wir gleich mit der Steuerungstaste, gleich beide auswählen und gehen auf Öffnen, und jetzt sind sie hier schon mal drin, woran merke ich das, einfach wenn Sie hier im Projektbrowser gehen, auf Familien, dann sehen Sie hier Profile, und das sind hier die beiden Profile, die ich reingeholt habe, äh, die wir auch schon erzeugt haben, das habe ich in einem anderen Notorial gezeigt, und hier sehen Sie jetzt, äh, auch die drei Typen, die da mitgekommen sind, wenn wir das gemacht haben, können wir jetzt anfangen, unseren Träger zu modellieren, dazu fange ich vielleicht mit dem Träger an, der jetzt nicht gewutet ist, also unser mittlerer Detaillierungsgrad, geht dazu auf Erstellen, und finde jetzt hier so die Befehle, mit denen man so Volumenkörper erzeugen kann, ich sage jetzt hier Volumenkörper dazu, um AutoCatch-Schreibweise, diese Revit 3D-Form verhalten sich meiner Beobachtung nach größtenteils wie Volumenkörper im AutoCatch, also wer jetzt schon AutoCatch 3D-Erfahrung hat, der findet sich hier, glaube ich, ganz gut zurecht, allerdings sind die parametrisiert, ja, also die kann man, beziehungsweise die kann man besser parametrisieren, als es in AutoCatch geht, und, äh, in unserem Fall müssen wir jetzt den Körper hier entlang ziehen, und da würde ich empfehlen, das mit einer, mit einem Sweep zu machen, mit diesem hier, so, jetzt zeigen wir mal kurz die Animation dazu, ja, man sieht, man hat da hier einen Pfad, ja, und anhand dieses Pfades kann man ein Profil entlang ziehen, ja, in unserem Fall ist der Pfad einfach nur eine Linie, die gerade geht, ja, aber es kann natürlich, können wir theoretisch auch eine andere Form damit bauen, und das machen wir jetzt, also wir gehen auf Sweep, wir erkennen jetzt wieder so ein, so ein, so ein Hauptbefehl, ja, den kann man entweder jetzt hier abbrechen oder abschließen, ja, solange der Hauptbefehl aktiv ist, sind die anderen größtenteils ausgegraut, also das bitte beachten, und wir fangen zunächst an, den Pfad zu skizzieren, dazu gehe ich hier auf Pfad skizzieren, und, Pfad skizzieren, jetzt, und, äh, jetzt gehe ich hier, warum zeigt man die Arbeitsebene jetzt an, mach die mal aus, und dann gehe ich einfach hier auf Linie, und jetzt zeige ich, deswegen habe ich Ihnen empfohlen, äh, den alten Träger einfach drin zu lassen, denn die Frage ist natürlich, ja, von wo bis wo soll der Träger überhaupt gehen, ja, soll jetzt von hier bis hier, ja, oder die mittleren Referenzebenen, oder die, oder die inneren, und hier empfehle ich einfach, orientieren Sie sich an den Träger, der bereits drin ist, deswegen haben auch die Ersteller dieser Familie den Träger eingefügt, um einfach hier es Ihnen zu erleichtern, den Träger zu modellieren, weil das sonst ziemlich verwirrend ist mit all den Referenzebenen, und deswegen tue ich jetzt einfach hier den Träger nachmodellieren, der schon bereits hier drin ist, also hier von hier bis hier, fixiere das Ganze an den Referenzebenen, und auch hier in der Mitte, und jetzt habe ich meinen Pfad entsprechend platziert, beende das, man sieht ja, man könnte hier theoretisch noch eine andere Form machen, macht allerdings bei unserem Träger jetzt hier keinen Sinn, also gehen wir jetzt auf Abschließen, jetzt haben wir nur den Pfad erzeugt, im nächsten Schritt noch ein Profil zu ordnen, dazu kann ich jetzt hier auswählen, unter all den geladenen Profilen, zeigt er mir jetzt hier die verschiedenen Profiltypen an, die geladen sind, man könnte auch, wenn man es vergessen hat, hier noch ein Profil laden, man könnte sich auch hier direkt eins erstellen, auch das wäre möglich, ja, Sie müssen das theoretisch nicht quasi im Vorfeld erzeugen, ja, Sie könnten theoretisch ja nach Skizze gehen, Profil bearbeiten, und sich jetzt hier quasi ein Profil bauen, wäre auch theoretisch denkbar, ich finde allerdings das eleganter, das im Vorfeld zu machen, weil man kann natürlich diese extern erstellten Profilfamilien auch noch anderweitig verwenden, während das intern erzeugte Profil funktioniert dann nur innerhalb dieser Familie. Also ich will jetzt hier entsprechend das aus, und dann nehme ich hier einfach den mittleren Typ, das ist auch den, den wir am Ende verwenden wollen, der zeigt ja kurz die Vorschau an, und das war es eigentlich schon, jetzt gehe ich hier auf Fertigstellen, und man sieht jetzt hier schon, wie der Träger erzeugt wurde, schauen wir uns das hier mal in 3D an, so sieht es jetzt aus, wie gesagt, ich habe den alten Träger drin gelassen zur Orientierung, das werde ich jetzt auch beibehalten, den schmeiße ich erst dann raus, wenn ich mir ganz sicher bin, dass meine Familie funktioniert, und jetzt werde ich schon mal einstellen, die Sichtbarkeitseinstellungen, ich klicke also hier den Träger an, gehe auf Sichtbarkeitseinstellungen, und sage, er soll überall zu sehen sein, im Grundriss, Deckenplan, von hinten, links, rechts, und auch in den Schnitten, allerdings soll er nur zu sehen sein, wenn ich auf Fein gehe, dann möchte ich den Träger sehen, das heißt, die anderen tue ich deaktivieren, und jetzt mache ich den nächsten Träger für die Sichtbarkeitseinstellungen Mittel, also ohne diese Wuten, dazu wechsle ich zurück in die Referenzebene, und schalte vielleicht hier mal den alten Träger aus, dazu gehe ich jetzt hier auf die Vorschau, für meine Detaillierungsgrade, aktiviere die Vorschau, und was haben wir jetzt hier eingestellt, Mittel, gehen wir also hier auf Mittel, da sehen wir noch den alten Träger, aber den neuen nicht, dann gehe ich wieder auf Erstellen, dann auf Sweep, mache dasselbe Spiel, nur mit einem anderen Profil, gehe auf Fahrt skizzieren, wähle Linie aus, ziehe eine Linie, achte, dass ich auf ein Objekt fange, dass ich wirklich genau hier die Sache einfange, fixiere das wieder hier an den Referenzebenen, hier die drei Schlösser aktiviere ich, beende die Fahrtkonstruktion, wähle jetzt hier mein Profil aus, in dem Fall nehme ich jetzt hier das nicht gewootete, und gehe auf OK, schauen wir uns das wieder im 3D an, jetzt sehen wir hier die beiden Profile, und jetzt, wenn ich jetzt hier auf die Vorschau gehe, Vorschau 1, ein, und dann hier auf Mittel, dann sehe ich hier meinen Träger, ohne Wute, kann ich jetzt anklicken, dann wieder auf Sichtbarkeit, Einstellungen und sage, der soll nur bei Mittel zu sehen sein, gehe auf OK, wenn ich jetzt hier auf Fein gehe, dann sehe ich hier meinen Wutenträger, gehe ich auf Mittel, dann sehe ich hier das Ganze, und hier sehe ich erst mal nur den alten Träger, nee, da sehe ich nur die Modelllinie, weil der alte Träger ist da auch deaktiviert. So, da haben wir das gemacht, und jetzt würde ich sagen, probieren wir das erst einmal aus, ich lade das hier in meine Familie rein, äh, in mein Projekt rein, gehe jetzt hier in Projekt laden, wähle mir mein Testprojekt aus, und überschreibe jetzt meinen bisherigen Träger, sage, bestehende Version überschreiben, ja, sagen wir, da sehen wir, wie sie passiert, das hat er quasi hier jetzt diese Volumenkörper noch, ich sage mal Volumenkörper dazu, äh, ergänzt, gehen wir mal hier auf 3D, jetzt sehen wir es ein bisschen besser, ja, das sehen wir jetzt hier, ja, man sieht ja auch noch, wenn wir hier mal die Stützen ausschalten, ich mache die mal aus, also rechte Maustaste, also erst mal auswählen, linke Maustaste, rechte Maustaste, und dann Kategorie ausblenden, jetzt sehe ich gar nicht verschreckt, wo ist es jetzt hier hin, Familie bearbeiten, alle Exemplare, hier, in Ansicht ausblenden, sagen wir mal die gesamte Kategorie, das sieht man es ein bisschen besser, hier sieht man jetzt die, den neuen Träger, hier den alten, wenn wir jetzt hier umschalten, auf Mittel, dann sehen wir das Ganze hier nur als T-Profil, äh, als I-Profil, ohne Wute, ja, und, äh, jetzt würde man sich fragen, naja, aber wie kann ich jetzt zum Beispiel hier die verschiedenen Profile steuern, ja, dass ich zum Beispiel jetzt hier, wenn ich jetzt hier auf Eigenschaften gehe, dann hier neue Maße zum Beispiel für die Höhe und Breite eingeben kann, das haben wir momentan noch nicht drin, diese Funktionalität, wie man hier sieht, das Ding ist jetzt komplett, was die, was die Querschnitt angeht, komplett statisch, da kann man dann überhaupt nichts ändern, auch wenn wir jetzt hier in die Typeneigenschaften gehen, sieht man auch, da haben wir nur, halt, mal was mal anklicken, hier, und auf Typ arbeiten gehen, so sehen wir hier, können wir auch nichts weiter einstellen, was die Querschnittsmaße angeht, und das werden wir jetzt implementieren, wie das geht, und dazu wechseln wir zurück in unsere Trägerfamilie, und klicken mal so ein Sweep an, ich mache das mal hier im 3D, da sieht man das ein bisschen besser, also gehen wir hier auf Mittel, klicken hier das Sweep an, und gehen in die Eigenschaften, und dann sehen wir hier, dass man bei einem Sweep hier das Profil noch wählen kann, wenn Sie jetzt hier reingehen, dann können Sie theoretisch jetzt hier ein anderes Profil wählen, ja, Sie können beispielsweise hier dieses wählen, ja, dann wird das Ganze jetzt hier kleiner werden, ja, aber das wäre jetzt, das gilt ja nur innerhalb der Familie, und Sie haben natürlich keine Lust, dann jedes Mal an die Familie reinzurennen, und dort den Typ zu ändern, Sie wollen das natürlich im Projekt dann später ändern, und dazu müssen Sie folgendes machen, Sie müssen erst mal sich hier, in Ihren Familien Typen-Eigenschaften, die entsprechenden Parameter erzeugen, für, um den Querschnitt zu steuern, und das mache ich hier einfach mal, ich mache es mal exemplarisch für einen, ich gehe jetzt hier auf neun Parameter, und gebe den Parameter ein, ich fange mal an hier mit der Flanschbreite, das soll ein Typ-Parameter sein, ja, das macht Sinn, das soll quasi dann, ich soll einfach keine verschiedenen Typen dann anlegen, wie wir es auch schon bei dem Profil gemacht haben, Disziplin allgemein, Parameter, Typ Länge, passt, Abmessung, Kategorie Abmessung, macht auch Sinn, und Quick Info würde ich in dem Fall weglassen, ich glaube das ist klar, Flanschbreite spricht eigentlich für sich, wer will kann es auch noch näher erläutern, gehen auf OK, und das Ganze spielen wir jetzt einmal durch, und ich werde die Aufzeichnung mal anhalten, damit nicht zu langweilen, und setze dann fort, wenn alle Parameter eingetragen sind, So, jetzt habe ich uns schon mal die Parameter angelegt, und auch hier ein paar Werte eingetragen, den letzten und zwei Typen angelegt, hier den 35x35 und den 65x70 cm, und wir machen vielleicht den letzten Typen gemeinsam, damit Sie das auch noch mal gesehen haben, dazu gehe ich hier einfach auf einen neuen Typ, und gebe in den Typen Narben ein, das sind oftmals bei solchen Querschnitten, oftmals sind das dann die Außenmaße, wenn man das Ganze als Rechteck betrachtet, also Höhe mal Breite, also geben wir jetzt hier ein, das ist die 120, oder Breite mal Höhe, warum ist 1000 mal 120, also in jedem Fall 100, Zentimeter 100 mal 120, so, und jetzt gebe ich hier die entsprechende Breite ein, die Breite wäre dann 100, dann die maximale Flanschhöhe, wäre bei dem Profil, das hat ich ja gewählt, 22,5, 22,5, das tun wir uns dann später angucken, dann die minimalste Flanschhöhe, wäre in dem Fall 15, und die Höhe, Gesamthöhe wäre dann 120, die Länge war, es kommt quasi von unserem System mit, das übernehmen wir einfach, die Gesamtlänge des Trägers, das war ich schon drin, und die Stegbreite, das haben wir jetzt noch erzeugt, das wäre dann, bei den Großen auch wieder 22,5, so, dann geht man auf Anwenden, jetzt hat man sich hier die drei Typen erzeugt, ja, man sieht jetzt hier, kann ich jetzt hier umschalten, und die Werte werden entsprechend angepasst, ja, man könnte jetzt noch weitere Typen erzeugen, aber ich empfehle immer, zumindest für die Entwicklung einer Familie, immer so drei Typen, ja, den maximalsten Typen, einen mittleren Typen, also das wäre der mittlere, und den minimalsten Typen zu nehmen, weil da lässt sich das immer zwischen den extremen am besten testen, ob die Sache funktioniert, und die anderen Typen können Sie dann später machen, entweder im Projekt oder auch in der Familie, wenn dann alles fertig ist, so, jetzt haben wir das, und hier noch die mittlere Flanschhöhe, die müssen wir noch berechnen, ich werde auch gleich zeigen, wozu man die braucht, und die ergibt sich einfach aus dem, aus dem Mittelwert zwischen der maximalen und der minimalen Flanschhöhe, also gehe ich jetzt hier rein, hier hinten und berechne die einfach, nehmen wir jetzt hier die Flanschhöhe Max, das kopiere ich mir hier, muss man Klammern setzen, ich mache mir den Mittelwert aus, plus Flanschhöhe Min, und das Ganze durch zwei, wäre dann der entsprechende Mittelwert zwischen den beiden, ja, wozu brauchen wir das, und das schauen wir uns gleich mal an, also Flanschhöhe Max, Min und Min, also Minimalste, dazu schalte ich mal kurz auf einen anderen Detaillierungsgrad, auf Fein, das sieht man jetzt am besten, also die minimalste Flanschhöhe wäre das hier, ja, hier außen, die maximalste wäre jetzt hier die, wo die Wute quasi dann maximal, oder wo die Wute hier am Steg, wenn man so will, anfängt, ja, da habe ich aber die maximalste Flanschhöhe, und die mittlere brauche ich, dann wenn ich hier, wenn ich jetzt quasi von Mittel auf Fein umstelle, um halt diese Höhe hier zu berechnen, warum mache ich das? Damit die Querschnittsfläche konstant bleibt, ja, ich möchte halt vermeiden, dass wenn ich jetzt hier verschiedene Detaillierungsgrade verwende, ich dann unterschiedliche Querschnittsflächen habe, und wenn ich einfach hier den Mittelwert nehme, ja, zwischen Max und zwischen Min, und das hier mittlere, dann bleibt die Querschnittsfläche konstant, da das ganze Ding ja hier linear ist, ja, und das ist der ganze Grund, deswegen berechne ich die einfach, so, soviel dazu, ja, jetzt schauen wir uns mal an, wie wir das Ganze jetzt hier verknüpfen, weil jetzt habe ich zwar die Parameter angelegt, ich kann jetzt hier in mein Projekt gehen, ins Projekt laden wieder, und sagen, überschreiben wir das Ganze, und schauen uns mal schnell den Projekt an, bestehende Version überschreiben, ja, und wir klicken jetzt hier, und die Speichern wollen wir es nicht, wir klicken jetzt den Träger an, dann finden wir jetzt hier unter Typen bearbeiten, hier unsere Parameter, ja, jetzt könnte man die theoretische eingeben, ach so, wenn wir aufpassen mit den Einheiten, hier haben wir noch ein Problem, da habe ich noch irgendwo, ja, müssen wir nochmal kontrollieren, dann haben wir einmal hier 10 Meter und so weiter stehen, äh, aber, das würde nichts passieren, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwas eingeben würde, eine Planschbreite machen wir mal von 5, genau, anwenden, passiert nichts, ja, warum, weil die Parameter noch nicht verknüpft sind mit unseren, mit unseren, äh, mit unseren Sweep-Körpern, das, oder, beziehungsweise mit unserer, welche ja, wie herum, diese Profilfamilien enthalten, wir müssen quasi jetzt unsere Familienparameter mit den, äh, unseren Sweep da verknüpfen, und das machen wir jetzt hier, gehen erst zurück in die Familie, hier checke ich bloß nochmal schnell hier die Einheiten, nicht, dass ich jetzt hier irgendwas übersehen habe, wo haben wir es, hier verwalten, Projekteinheiten, nicht, Dezimeter, ach, siehst du, ich habe da wieder, das ist sehr unschön, Dezimeter, Zentimeter wollte ich haben, das ist natürlich jetzt, das sollten Sie vermeiden, deswegen, jetzt werden Sie gleich mal sehen, warum ich immer predige, dass Sie möglichst die Einheiten am Anfang einstellen, weil ich jetzt nämlich folgendes machen muss, jetzt habe ich es umgestellt auf Zentimeter, jetzt muss ich allerdings hier bei gemeinsam genutzten Parametern, halt Quatsch, hier bei erstellen, und hier bei Familienparametern, hier alles ändern, sehen Sie, das hat nämlich jetzt überall um 10, das Ganze hier erhöht, und jetzt habe ich, kann ich mir die ganze Mühe, diese Werte einzugeben, nochmal neu machen, ja, deswegen, äh, ich habe es zwar richtig gezeigt, ja, nur jetzt nicht richtig aufgepasst, und habe da die falsche Einheit ausgewählt, ja, jetzt habe ich glücklicherweise nicht allzu viele Parameter, aber stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt hier eine wesentlich umfangreichere Familie, und müssten jetzt alle Parameter nochmal ändern, ja, ich habe den Vorteil, ich kann den Film jetzt hier anhalten, beziehungsweise die Aufnahme, und muss Sie damit nicht langweilen, aber Sie sehen hier schön an diesen ungewollten Fehler, was passiert, wenn Sie meinen Rad nicht beherzigen, und die Einheit am Anfang nicht richtig einstellen, erst im Nachhinein korrigieren. Okay, ich mache das jetzt nochmal schnell, so, jetzt habe ich das nochmal öfter geändert, hier die Parameter umgestellt, jetzt wieder auf Zentimeter, und das wieder in sich stimmig ist, und, äh, jetzt müssen wir noch schauen, wie kann ich jetzt diese Parameter hier, mit, diesem Profil hier, also mit diesem, 3D-Körper, genauer gesagt, mit dem Sweep hier verknüpfen, damit ich dann auch, über diese Parameter das Sweep steuern kann, und, ähm, hier muss folgendes beachten, wir klicken es nochmal an, ich zeige es dir nochmal, wenn Sie auf das Sweep gehen, dann hier in die Eigenschaften, dann sehen Sie hier das Profil, das heißt aktuell, läuft dieses Profil, das 75 mal 70, und das finden Sie jetzt, wenn Sie in den Projektbrowser gehen, hier wieder, und, äh, jetzt gehen Sie einfach hier auf das Profil, im Projektbrowser, gehen unter Familien, Profile, äh, nicht auf das Gesamttyp, sondern auch konkret auf den Typ, den Sie hier verwendet haben, Doppelklick, und finden jetzt hier dessen Parameter wieder, hier könnte ich zum Beispiel jetzt hier einen anderen Wert eingeben, ich zeige Ihnen das hier mal exemplarisch, nur damit Sie sehen, was hier passiert, gehe auf 300, äh, kann ich auf OK gehen, genau, da war das Ding extrem groß, ja, gehen wir auf rückgängig, und, äh, nochmal hier rein, also so, na Quatsch, hier, Doppelklick, jetzt bin ich da drin, ähm, und Sie können theoretisch das hier eingeben, Sie können aber auch sagen, ich möchte hier keine neuen Werte eingeben, sondern, ich möchte hier, diese Parameter, mit anderen Parametern, in dem Fall mit meinen Familienparametern, verknüpfen, beziehungsweise zuordnen, die ich hier oben erzeugt habe, und das mache ich jetzt hier, ich klicke jetzt hier drauf, und es erscheinen hier als sämtliche Familienparameter, die hier oben erzeugt wurden, und könnte sagen, okay, die Flanschbreite soll, mit dieser Flanschbreite hier oben verknüpft werden, und damit kann ich quasi zukünftig, wenn ich hier oben den Parameter ändere, wird dieser mit geändert hier, gehe ich auf okay, deswegen ist der jetzt hier ausgegraut, ja, wie Sie sehen, äh, äh, den kann man hier nicht mehr ändern, warum, ist jetzt mit dem hier oben verknüpft, ich kann jetzt nur noch ändern, den ich jetzt hier oben den Parameter, äh, anderen Wert eingebe, dasselbe machen wir jetzt hier mit der Flanschhöhe, was gucken wir, wie haben wir jetzt hier, okay, das ist jetzt Oli Wute, also nehmen wir jetzt die mittlere Flanschhöhe, das wäre jetzt Flanschhöhe Min, dann die Gesamthöhe, das wäre wieder hier die Höhe, und die Stegbreite wäre die Stegbreite, fertig, fertig, das andere machen wir mit dem anderen Profil hier, und auch hier wieder Flanschwutenhöhe, wäre die maximale Flanschhöhe, dann die Flanschhöhe wäre jetzt die minimale Flanschhöhe, dann die Gesamthöhe wäre wieder Höhe, dann die Stegbreite wäre die Stegbreite, und die Flanschbreite, die Flanschbreite, hier. Auch hier empfiehlt sich das Ganze erstmal wieder zu testen, das heißt, ich gehe in eine 3D-Ansicht und teste jetzt hier oben mal meine Typen durch, und der Vorteil ist eben, wenn Sie jetzt hier Typen angelegt haben, dann müssen Sie sich einfach nicht die Werte neu eingeben, wieder rückgängig machen, sondern Sie gehen einfach jetzt hier auf einen anderen Typ, jetzt werden die Werte jetzt entsprechend übernommen, gehen auf Anwenden, und da sehen Sie, okay, das geht automatisch mit. Hier müssen wir uns nochmal gucken, das T-Profil wird dann kleiner. Was ist das jetzt hier? Schauen wir nochmal. Also hier, das wäre jetzt ja Mittel, das wäre jetzt dieses, das kommt mit. Es kann sein, dass es hier nur ein Schatten ist, den man hier sieht, ja, das, okay, das passt. Wenn wir hier auf Fein gehen, geht das auch mit. Wir können das auch ausschalten, dann sieht man es auf einmal, gehen wir hier mal auf Aus, dann sieht man es ein bisschen deutlicher. Also nochmal, dasselbe Spiel, gehe hier auf den Großen, der Unterschied zwischen Minimal und Maximal ist immer am besten zu sehen, gehe auf Anwenden, und dann sieht man hier schön, wie hier das entsprechend mitgeht, die beiden Profile und der Träger, der ist natürlich nicht parametrisiert, der bleibt dann gleich. Also dieser alte Originalträger, der in unserer Familie drin war. Ja, das haben wir jetzt gehabt. Wir tun das nochmal im Projekt testen, gehen also in Projekt laden. Hier ist unser Projekt. Wir sehen die Version überschreiben. Und jetzt wird ja alles relativ groß, weil jetzt irgendwie hat er Probleme mit den Maßen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber das können wir eventuell noch korrigieren. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, hier bei den Trägern, Eigenschaften, und wir schalten jetzt immer um auf unseren Film und dann gibt es ein Problem mit der Maßkonvertierung. Das ist ein bisschen seltsam. Aber das kann sein, wenn Sie im Nachhinein dann noch Funktionalität hinzufügen. Das ist übrigens ein Grund, warum ich Ihnen immer empfehle, machen Sie das immer in Testprojekten und nicht in Ihren Originalprojekten. Ja, weil Sie unter Umständen jetzt hier durchaus der Träger auf einmal riesengroß wird, dann eventuell andere Geometrie dann vor sich her schiebt, weil die Wende parametrisch verknüpft ist. Und dann kann es sein, dass Sie dann in Ihrem Originalprojekt irgendwas zerstören. Und deswegen teste ich immer meine Familie, wenn ich die entwickle, in irgendwelchen alten Projekten oder in irgendwelchen Testumgebungen, die mir eigentlich völlig egal sind. Ja, ich könnte richtig einfach ein neues Projekt anlegen und die Sache ist erledigt. Jetzt muss ich bloß noch mal schauen, warum man jetzt hier so komische Maße hier erzeugt. Dazu gehe ich noch mal kurz rein. Er wählt hier irgendeinen Träger aus, zum Beispiel diesen hier. Und dann gehe ich auf... Ja, man hat das Ganze hier in Meter 1 zu 1 rübergebracht. Das ist natürlich unschön. 1,5 Meter. Warum er das macht, keine Ahnung. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Gehen wir mal kurz auf die 3D-Ansicht. Ist aber in unserem Fall nicht schlimm. Ja, ist aber durch diesen riesigen Träger hier. Also er sollte eigentlich die Einheiten sauber konvertieren. Hier in unserem Projekt verarbeiten wir mit Metern. Hier. Quatsch, hier Einheiten. Also hier Meter. Ja, und in unserer Familie Zentimeter. Eigentlich müsste er das sauber konvertieren. Warum er das jetzt nicht macht, eventuell können wir noch mal die Träger löschen, noch mal neu verlegen. Dazu gehe ich einfach auf Steuerung A. Das geht hier nicht. Man muss hier... Es ist ja auch nicht irgendein Befehl aktiv. Egal, einfach alles auswählen. Filter. Raster. Aha. Dann muss hier auswählen. Dann auf Filter. Wo ist er hin? Hier. Skelett-Bautragwerk. Achso, ich tue es nochmal eher ausgeblendet. Okay, passt. Und gehe mal auf löschen. Dann gehe ich auf Ebene 1. Wähle hier. Gehe dann auf... Ich tue nochmal zur Sicherheit den Träger nochmal laden. Ich tue einfach löschen und laden. Wichtig ist, den zu löschen. Vorher. Also gehe nochmal hier rein. Jetzt habe ich ja den Träger nicht mehr in Verwendung. Kann jetzt hier auf Projektbrowser gehen. Dann auf Familien. Hier unten. Und wähle jetzt hier aus. Irgendwo ist hier mein Träger. Ich glaube, unter Skelett... Hier, Tragwerk, Trecken, Träger, Systeme. Eigentlich Trägersystem ist es nie. Dann läuft das hier unter Skelettbau. Hier, Skelettbau. Und hier ist unser Träger. Das ist dieser hier, Träger 4. Den schmeißen wir jetzt raus. Den könnten Sie, glaube ich, nicht lösen, wenn wir den noch verwendet hätten. Aber jetzt können wir einfach entfernen. Dann gehe ich zurück in meine Familie und lade das nochmal neu rein. Hier in Projekt laden. Projekt. Fertig. Ebene 1. Ich bin jetzt hier gesagt wieder in Raster. Wähle hier das Raster aus. Jetzt habe ich vergessen, noch einzustellen, dass die richtige Ebene ist. Ich hoffe, das war es trotzdem. Das müsste auch die richtige gewesen sein. G auf OK. Sie sehen schon, da sieht das ganz anders aus. Schauen wir das hier in 3D an. Und hier passt das jetzt auch wieder. Also, Sie sehen, wenn Sie jetzt hier im Original, in einem wichtigen Projekt das Ganze getestet hätten, dann hätten Sie durch diesen Workflow unter Umständen sich da einiges zerschossen. Wenn ich jetzt hier draufgehe, jetzt passen auch wieder die Dimensionen. Wenn wir da mal kurz nachmessen, das müsste jetzt hier eine Breite haben von 65. Dann gehen wir jetzt hier auf, also 65 Zentimeter, das wären dann 0,65 Meter. Gehen wir hier mal auf, das müssen wir jetzt hier oben in der Draufsicht machen. Also hier dieser. Dann gehen wir hier auf Abstand und messen das hier nach. Das sehen wir in 0,65. Das passt jetzt wieder. Also, so können Sie auch so ein Problem beheben, falls Ihnen das mal passieren sollte. Und dadurch, dass das hier ein Testprojekt ist, hätte ich einfach das Projekt einfach auch löschen können und dann Neues erzeugen, etc. Ja, jetzt haben wir das gelöst. Jetzt sehen wir hier, wir können jetzt hier die Typen auswählen. Das habe ich jetzt eh schon gemacht. Und hier einfach hier reingehen. Da sehen Sie jetzt die drei verschiedenen Typen und die funktionieren jetzt auch, weil die sind jetzt auch verknüpft mit unserem Profil, beziehungsweise mit unserem Träger. Und wir können auch neue Typen anlegen. Das zeige ich mal hier. Wenn Sie jetzt hier auf Typen bearbeiten gehen, dann können Sie theoretisch jetzt auch hier neuen Typen erzeugen. Also hier auf Duplizieren gehen und dann, Sie kennen ja das Spiel und dann hier neue Werte eingeben. Sie sehen, bis auf Mean, der sich berechnet, sind die anderen jetzt hier frei verfügbar und könnten jetzt hier die Werte auch steuern. Ja, theoretisch könnten Sie auch hier, das sieht man jetzt ganz gut, auch dasselbe Spiel machen wie in der Familie und könnten jetzt in Ihrem Projekt globale Parameter anlegen. Ich mache das hier mal ganz schnell, um das nur anzudeuten. Das heißt, dasselbe Spiel, was wir in der Familie betrieben haben, können wir auch in unserem Projekt machen. Gehen auf Verwalten, globale Parameter, legen uns hier ein Parameter an, den nennen wir zum Beispiel Flanschbreite. Das ist allgemein, das ist Länge, Abmessung, okay, passt. Der erscheint jetzt hier, geben hier einen Wert ein. Natürlich das Ganze hier ein Meter, sagen wir mal von 0,8. Gehen auf OK, dann können wir den Träger anklicken, können hier auf Typ bearbeiten gehen, aufpassen, wenn ich das jetzt hier mache, für diesen Typ, beziehungsweise jetzt für diesen Träger, gesamt für diese Trägerfamilie, das gilt natürlich für alle. Jetzt gehe ich mal auf Flanschbreite, jetzt kommt hier mein Parameter, kann das verknüpfen, gehe auf Anwenden, gehe auf OK und dann hat er es hier entsprechend übernommen. Wichtig ist, das gilt jetzt nur für diesen, für die anderen hat er es nicht übernommen. Und so können Sie theoretisch jetzt auch dieselbe, eine ähnliche Funktionalität hier erzeugen, wie wir das in unserer Familie gemacht haben. Das ist jetzt nur am Rande gezeigt. Ja, kommen wir zurück, was wollen wir noch machen? Achso, den Detaillierungsgrad, dazu gehe ich ja mal auf eine, oder das können wir auch in einer 3D-Ansicht machen, sieht man es auch ganz gut. Jetzt kommen wir, der letzte Punkt wäre jetzt hier noch, der mir einfällt, na, der vorletzte Punkt. Der vorletzte Punkt wäre jetzt hier noch, der Detaillierungsgrad, den nochmal checken, da haben wir nämlich jetzt hier grob, und da sehen wir jetzt hier die Linien, dann Mittel und Fein, wobei ich sehe gerade, den Detaillierungsgrad grob, den kann ich glaube ich am besten zeigen, wenn wir unseren Träger dann in unser eigentliches System einfügen. Das war ja nur ein Testprojekt, und besser ist jetzt, wir fügen dann mal den Träger in unser System ein, dann lässt sich das eigentlich viel besser erzeugen, äh, am besten zeigen, welches Problem wir jetzt ja noch lösen müssen. Und dazu bereite ich jetzt mal ein Systemprojekt vor. Ich habe das glaube ich schon hier, oder? Ja, hier schmeißen wir einfach den Träger raus und laden den neu. Gehen hier einfach rein, kann nicht gelöscht werden, weil es fixiert ist, also einfach hier draufklicken und entfernen und schmeißen auch nochmal die Familie raus, damit wir jetzt hier, das nicht verwechseln, dann hier beim Vorführen sind wir so die Frage, Projektbrowser, Familien, Skelettbau hat man gesagt, und da hat man hier den Stahlbeton-i-Träger, genau, und den schmeißen wir raus, löschen, okay, und ich gehe jetzt an die entsprechende Draufsicht, wo ich den Träger verlege, man sieht hier, ich habe hier zwei Ebenen, eine ist quasi für die Auflager, Unterseite der Auflager, ja, also diese hier, und die andere ist dann die XY-Balkenebene oder Träger, da soll unser Träger drauf zu liegen kommen, beziehungsweise platziert werden, weil die Bauteile müssen immer, in der Regel immer irgendwelchen Ebenen zugeordnet werden, dann, das sind bei, das sind, das können natürlich hier solche Ebenen sein, also Geschossebenen, das können manchmal aber auch, je nach Bauteil, auch Referenzebenen sein, also freie Ebenen, manchmal kann es aber auch ein Raster sein, das ist immer je nach Bauteil zu Bauteil unterschiedlich, ja, also manche sind, können auch auf Referenzebenen gepackt werden, das ist zum Beispiel, ich glaube, Möbelteile oder freie Bauteile können auf Referenzebenen gehen, je nachdem, ja, in unserem Fall verwenden wir natürlich Geschossebenen, das ist relativ simpel, ja, weil die sind immer parallel, ja, deswegen habe ich auch XY-Ebene genannt, die sind immer parallel zum Koordinatensystem, und die stellen nochmal die Geschosse dar, und es ist natürlich auch sinnvoll, in dem Fall aus meiner Sicht, mit dieser Struktur zu übernehmen und damit zu arbeiten, und das haben wir jetzt hier gemacht, deswegen gehe ich jetzt in die entsprechende Draufsicht, wähle also hier diese Draufsicht, gehe auf Projektbrowser, und gehe auf Grundriss und wähle hier, da fehlt hier die, nehmen wir das hier, Tragwerksplan geht auch, XY-Balken, so, das ist jetzt die passende Draufsicht, und hier werde ich jetzt meinen Träger platzieren, dazu wechsle ich wieder in meine Trägerfamilie, das müsste hier sein, na, das ist das Projekt, das Testprojekt, das können wir eigentlich jetzt schließen, machen wir das dann gleich zu, wenn wir das nicht ständig verwechseln, gehen jetzt hier im Projektladen, wählen in dem Fall jetzt hier System aus, machen wir das hier aus, ja, man sieht hier, man könnte theoretisch auch den Träger in eine andere Familie laden, auch das ginge, ja, das haben wir ja vorhin gemacht mit unseren Profilen, Sie können auch Familien in Familien verwenden, ja, das geht auch, in dem Fall nehmen wir jetzt hier das Projekt, System, und können jetzt hier den Träger platzieren, checken nochmal hier die Optionsleiste, also die Platzierungsebene ist, XY-Ebene Balken, Tragwerksverwendung automatisch, Objektfangen usw., das können wir uns schenken, und platzieren den Träger einfach von hier nach hier, so, jetzt sehen wir hier den Träger, schauen Sie uns das Ganze mal im 3D an, gehen hier auf eine 3D-Ansicht, und so sieht es jetzt aus, und jetzt haben wir hier noch ein paar Probleme, die wir lösen müssen, und zwar hier die Ausrichtung des Trägers, die passt da nicht so richtig, wir klicken ihn also an, gehen hier auf Eigenschaften, und sehen jetzt hier, der ist, wo haben wir das jetzt hier, Z-Ausrichtung, hier, oben ausgerichtet, das heißt, der hängt jetzt hier mit seiner Kante, quasi oben an der Ebene, ich möchte ihn aber unten haben, also muss ich das hier umschalten, und sagen, du sollst unten sein, jetzt ist er quasi auch richtig positioniert, also auf den Auflager, ja, dann haben wir das gelöst, wenn wir jetzt allerdings hier mal umschalten, auf die Ansicht grob, dann stimmt unsere Mittellinie noch nicht so richtig, ja, weil die soll ja dann in, in unserem Fall ist sie in der Mitte, ja, aber eigentlich sollte sie dann bei dieser Darstellung hier in die, auf den Auflager zu liegen kommen, und das wollen wir jetzt noch einbauen, diese Funktionalität, dass man das noch ändern kann, dass die dann hier unten dargestellt wird, damit das dann ein bisschen vernünftig aussieht, und dazu wechsle ich wieder in meine Trägerfamilie, ist die richtige, ja, und werde jetzt hier einmal das hier ausschalten, gehe jetzt wieder auf Vorschau aus, hier ist unsere Modelllinie, die er da angezeigt hat, und die würde ich empfehlen, jetzt einfach mal zu löschen, ja, die können wir also hier entsperren, weil, vielleicht können wir glaube ich auch so löschen, ohne dass wir die vorher entsperren, ich würde, bevor wir die allerdings löschen, nochmal anklicken, und schauen, was ist das für ein, was hat die für Eigenschaften, also, die sollte man möglichst übernehmen, ja, ist quasi, beziehungsweise, wir können auch folgendes machen, wir können die auch, erst mal drin lassen, und woanders konstruieren, ja, und dann einfach dann später löschen, ähm, können wir auch machen, ich tue die einfach mal drin lassen, tue einfach nur hier das hier entsperren, äh, das sagte ja, Ausrichtung, Familie, achso, aufpassen wir uns wirklich hier, die Modelllinie erwischen, aha, Ausrichtung könnte nicht geändert werden, weil es ist eine Familienlage, muss man wahrscheinlich doch löschen, das muss ja dann auch, naja, ich fürchte, müssen sie doch löschen, oder, müssen sie doch, hm, nein, wir können sie drinnen lassen, wir können sie drinnen lassen, erst mal, und, weil ich empfehle ja immer, das erst dann zu löschen, das alte, erst dann zu löschen, wenn das neue funktioniert, das können wir auch hier einhalten, müssen wir noch ein bisschen was beachten, und zwar gehe ich das folgendermaßen vor, ich möchte jetzt die Modelllinie nicht hier in der Draufsicht zeichnen, sondern in der Ansicht von vorn, ja, wenn wir uns hier mal die Ebene anklicken hier, diese, diese Ebene bestimmt ja hier unsere Mittel, unsere Mitte zwischen vorn und hinten, die ist hier fixiert, und wenn wir hier auf Eigenschaften gehen, bestimmt sie den Ursprung, ja, das heißt, das ist eine ganz, ganz wichtige Ebene, ja, die, die definiert quasi hier den Ursprung, mit der, das ist dann die andere wichtige Ebene, das ist dann die Mitte zwischen links und rechts, und die bestimmt ebenfalls den Ursprung, beide sind gesperrt, ja, das heißt, wenn ich auf dieser Ebene hier, wenn ich auf der Ansicht von vornen, also von hier vorne drauf schaue, und auf dieser Ebene arbeite, dann sind sämtliche Elemente, also 2D-Elemente, dann liegen dann quasi genau in der Mitte, und das machen wir uns jetzt zu Nutze, das heißt, ich gehe jetzt hier auf die Ansicht von vorn, gehe also hier auf Ansichten, wechsle auf Ansicht von vorne, und nehme dann diese Ebene als Arbeitsebene, also Ansicht von vorn, das schaue ich hier von vorne quasi drauf auf meinen Träger, gehe dann auf Erstellen, und sage hier Arbeitsebene, wo haben wir das hier, festlegen, Arbeitsebene festlegen, und sage hier, nimm bitte die Mitte vorne hinten, diese Arbeitsebene, auf der möchte ich jetzt arbeiten, ja, und das hat eben jetzt zur Folge, dass wenn ich jetzt hier irgendwas zeichne, zum Beispiel in der Modelllinie, dass die dann immer genau in der Mitte liegt, jetzt gehe ich hier auf Erstellen, dann auf Modelllinie, und zeichne jetzt hier einfach meine Modelllinie, erst mal so hier grob unten rein, achte darauf, dass die jetzt hier fixiert ist, und übernehme jetzt einfach die Eigenschaften von dieser hier, ja, gehe jetzt hier auf Eigenschaften, und sage, das ist hier die Einfüge-Symbol-Projektion, ja, also klicke ich das hier an, und sage, das ist Einfüge-Symbol-Projektion, das übernehmen wir, sehen wir, da haben wir die Strichstärken, dann spreche ich mit, und dann haben wir noch irgendwas zum Übernehmen, unter Kategorie Einfüge-Symbol, das hat er eh schon hier mit übernommen, schwache Referenz, ja, das können wir auch noch sagen, dass es eine schwache Referenz sein soll, ach nee, das ist keine Referenz hier oben, machen wir auch keine Referenz, es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, hier die Eigenschaften einfach rüber zu pinseln, also Typ anpassen, geht auch, fällt mir gerade ein, also Typ anpassen, und dann nehmen Sie die Eigenschaften auf, und pinseln die hier rüber, auf die andere, und jetzt hat man hier dieselben Eigenschaften, wie hier oben, so, und jetzt werde ich diese Modell, diese Modelllinie hier, bemaßen, ausgehend hier von der Mittelachse, weil die soll ja einmal unten liegen, ja, oder einmal hier in der Mitte, gehe also hier auf Abstand, und bemaße hier diesen Abstand, so, ausgehend hier von dieser mittleren Referenz-Ebene, und mache daraus ein Parameter, damit ich das steuern kann, klick die Bemaßung an, sage hier Parameter hinzufügen, jetzt muss ich kurz gucken, wie ich den genannt habe, den habe ich genannt, aha, ML-Versatz, also Modelllinien-Versatz, ML steht für Modelllinie, Unterstrich Versatz, gehe noch eine Erläuterung dazu, und sage, das ist der Abstand, der Modelllinie, von der Mittelachse, Mittel, da fehlt noch was, Mittelachse, haben wir das, so, jetzt haben wir das, Abstand der Modelllinie von der Mittelachse, okay, allgemein passt, Länge passt, Abmessung passt auch, gehen auf okay, jetzt haben wir den hier eingestellt, jetzt gehen wir jetzt hier oben rein, müssen das noch ein bisschen, mit der Funktionalität noch dazu bauen, hier haben wir jetzt unseren Parameter, und hier bauen wir einfach jetzt noch einen Schalter ein, wo wir einfach sagen können, ist das jetzt Mitte oder unten, und dazu gehe ich auf einen neuen Parameter, den nenne ich Symbol Linie unten, Symbol, Symbol, Linie, Unterstrich unten, und das ist in dem Fall ein Exemplarparameter, ja, warum, weil, ich kann das dann pro Träger individuell einstellen, das kann man natürlich in unserem Projekt, wir haben eh nur einen Träger, ist das eigentlich egal, ja, aber ich denke immer ein bisschen, wenn ich jetzt so eine Familie entwickle, nicht nur an das Projekt, wo ich das jetzt konkret, das verwenden werde, sondern auch ein bisschen weiter, und sage mir, okay, wenn ich mal woanders verwende, dass er da auch schon eine gewisse Funktionalität mitbringt, deswegen ist das hier klüger, das Ganze aus meiner Sicht, als Exemplarparameter einzustellen, nicht als Typparameter, deswegen Exemplarparameter, Disziplin allgemein, das ist kein Längenparameter in dem Fall, sondern einfach nur ja, nein, entweder das ist unten oder sich nicht unten, also ja, nein, und das läuft nicht unter Sonstige, ich würde das unter Sichtbarkeit einbauen, das finde ich, die Kategorie finde ich in dem Fall, glaube ich, ganz gut, Sichtbarkeit, ja, nein, und hier können wir noch dazu schreiben, sollte aktiviert werden, sollte, muss aktiviert werden, wenn die Modelllinie oder Modell, oder in dem Fall nennen wir es Symbollinie, also bei später im Projekt ist es eigentlich eine Symbollinie, hier in unserer Familie ist es eine Modelllinie, weil man es ja mit Modelllinie erzeugt, aber die Funktionalität dieser Modelllinie später im Projekt ist eine Symbollinie, weil es ja unseren Träger symbolisch darstellen soll, deswegen verwende ich jetzt auch hier bei der Erläuterung dann auch den Begriff Symbollinie, Symbollinie unten am unteren Trägerrand, am unteren Trägerrand dargestellt, dargestellt werden soll, so, gut, jetzt mal das Ganze noch verknüpfen hier, mit diesen Parametern, das heißt, wir gehen jetzt hier rein und schreiben jetzt hier eine Wenn-Funktion rein, also in dem Fall eine If-Funktion, also wenn heißt es auf Deutsch, if auf Englisch, also if, wenn also dieser Parameter hier unten, Symbollinie unten wahr ist, wenn der aktiviert ist, also wenn Symbol Linie unterstrich unten wahr, was soll er dann machen? Na, dann ist der Abstand genau die Hälfte von der Höhe, also Höhe durch 2 und ansonsten ist es einfach 0 cm, dann ist er genau, na, dann wird das hier einfach, dann ist dieser Abstand die 0, dann ist es genau in der Mitte. Machen wir das zu, jetzt muss man noch ein bisschen aufpassen, ich glaube, er meckert immer ein bisschen rum mit den, na, jetzt macht er es automatisch, wurde es getestet, aber das hat er nicht so gemacht, Sie müssen ein bisschen aufpassen mit den Abständen, wenn Sie die Formel hier eingeben, und der hat er jetzt automatisch gemacht, was Sie, glaube ich, beachten müssen, ist, Sie müssen hier eine Einheit dahinter schreiben, wenn Sie sie wegnehmen, gibt es, dann macht er es automatisch, ja, das ist ganz witzig, wo ich das vorher ausprobiert habe, da hat er jetzt mal rumgemeckert, jetzt macht er es einmal automatisch, ja, man könnte denken, er hat dazugelernt, aber ich fürchte mal eher nicht, Artificial Intelligence dürfte noch nicht hier drin implementiert sein, ist egal, müssen wir aufpassen, wenn er es nicht automatisch macht, dann einfach hier händig die Abstände eintragen, die Leerzeichen und so weiter, und jetzt können wir hier das mal ausprobieren, wenn ich jetzt hier alles anschalte, dann sind wir hier bei 0, wenn ich es anschalte, macht er einfach die Hälfte, gehen wir hier auf Anwenden und testen das, ups, jetzt merkt er da rum, ah ja, was merkt er da rum, das habe ich noch übersehen, ja, ganz einfach, ist auch logisch, das ist ein Exemplarparameter, und dann muss das natürlich auch ein Exemplarparameter sein, gehen wir jetzt hier nochmal rein, und ändern das Ganze ab, weil die sind ja miteinander verknüpft, ja, das kann natürlich ja nicht für alle gelten, ja, wenn ich das nicht als Exemplarparameter definiert hätte, würde dieser Modelllinienversatz für alle gelten, ja, aber ich kann ja nur bei einem einstellen, macht dann keinen Sinn, ja, das heißt, hier müssen beide von Exemplarparameter sein, jetzt gehen wir auf Anwenden, und jetzt sehen wir hier, ersetzt das jetzt hier nach hier unten den Abstand, und wenn ich jetzt hier das deaktiviere, dann liegt das quasi über der anderen Modelllinie, jetzt tun wir das wieder aktivieren, jetzt sehen wir, das hat alles funktioniert, und jetzt können wir hier die alte Modelllinie löschen, jetzt schmeiße ich die hier raus, entfällt, und kann jetzt das Ganze in mein Projekt laden, und das Ganze dort nochmal ausprobieren, gehe in Projekt laden, hier das System, überschreibt das Ganze, bestehende Version überschreiben, wechsel jetzt hier in die Ansicht von vorn, halt das jetzt hier, Ansicht von, jetzt sind wir wieder im System drin, das ist jetzt wieder unser, hier war es glaube ich, hier im 3D, das ist unser altes Projekt noch, ich mache das Projekt mal aus, so jetzt sieht man hier schön, in unserem Projekt hier, wie das dann aussieht, das ist die Modelllinie unten, das kann ich hier auf die Eigenschaften gehen, von meinem Träger, das sind ja Exemplareigenschaften, das heißt, das ändere ich jetzt hier pro Träger, jetzt sehe ich hier Modelllinie unten, wenn ich das hier deaktiviere, auf Anwenden gehe, ist es in der Mitte, und wenn ich das wieder aktiviere, ist es wieder hier unten, wenn ich jetzt einen anderen Träger wähle, zum Beispiel einen größeren Träger, nehmen wir mal hier den mittleren, dann bleibt er auch unten, wenn ich dann dasselbe übernommen, so habe ich das relativ schnell implementiert, ich hätte im Übrigen auch, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, die Parametriker weglassen können, man hätte auch sagen können, naja, in unserem Beispiel, in unserem konkreten Betonbauprojekt, ist die Modelllinie eigentlich immer unten, wir brauchen sie eigentlich gar nicht in der Mitte, deswegen hätte ich das einfach nur nach unten schieben können, wäre auch okay gewesen, und hätte auf diese Funktionalität auch verzichten können, also das hätte man auch so machen können, ich wollte allerdings hier bei Notorious noch ein paar Sachen zeigen, gerade diese Wenn-Funktion, und diesen Schalter da mit Ja und Nein, deswegen habe ich hier diese Funktionalität noch mit eingebaut. Ja, nochmal einen Blick hier oben, halt hier, sehen wir auch nochmal die Modelllinie hier in der Mitte, achso, was wir noch machen müssen, ist hier die Sichtbarkeit einstellen von der Modelllinie, Linien, okay, dazu gehen wir hier auf Sichtbarkeitseinstellungen und sagen, die sollen nur bei grob zu sehen sein und nicht bei mittel und fein, ja, das ist ganz wichtig, das soll die ausblenden, und da können wir das ja auch nochmal testen und gehen wir hier mal auf Mittel, ja, dann sehen wir hier den Träger in dieser Form, gehen wir auf Fein, dann sehen wir so, hier ist noch irgendwas fett, ist das die Modelllinie? Ne, das sind irgendwelche Kanten, die jetzt hier auf, achso, das ist der Träger hier auch noch hier auf, ne, ne, da ist noch die Modelllinie drin, wie ich sehe, das soll nicht der Fall sein, da müssen wir, achso, was haben wir vergessen, ganz wichtig, ja, ich habe vergessen, das Projekt, den Träger neu reinzuladen in das Projekt, das zu überschreiben, das können wir gleich, wir sehen jetzt noch die Modelllinie, die sollte ja eigentlich nicht so sehend sein, da also gehe ich jetzt zurück in meine Familie, hier habe ich es zwar geändert, aber muss ich es auch in meinem Projekt laden und dort überschreiben, also hier System, okay, stehen die Version überschreiben, und jetzt schauen wir uns das nochmal in 3D an, jetzt ist sie weg, ja, also jetzt hier nochmal grob, da ist Modelllinie, Mittel, da ist sie weg, bei Fein ist sie auch weg. So, letzter Punkt, ich hoffe, dann habe ich hier alles gezeigt, was zu zeigen ist, naja, noch zwei Sachen muss ich zeigen, das eine ist, wie sieht es aus mit den Materialien, ja, aktuell können Sie hier, wenn Sie den Träger anklicken, hier zwar ein Material zu ordnen, tragendes, ja, nee, irgendwo ist das hier bei Exemplar, ist das glaube ich hier, tragendes Material, machen wir das mal zum Spaß, und ich wähle mal hier einen Beton aus, und hier unten haben wir irgendeinen Beton, haben wir hier diesen 25-30, holen den jetzt ins Projekt rein, ich habe ihn quasi jetzt in der Bibliothek, hier unten ausgewählt, ins Projekt reingeholt, hier mit dem Pfeil, jetzt ist das Material in meinem Projekt geladen, ja, Sie können jetzt hier noch an den Einstellungen rumspielen, hier von dem Material, das übergehe ich jetzt mal, das passt noch nicht ganz, ja, man sieht hier von der Schraff vorher und so weiter, müsste man das noch ein bisschen adaptieren, das tue ich jetzt mal ignorieren, nehme ich jetzt mal das Material, ordne das zu, ich checke nur mal, ob es das vom Aussehen her, hier wird aktualisiert, hat das wenigstens funktioniert, ja, das hat wenigstens funktioniert, das können wir dann mal testen, ja, wenn das auch nicht da wäre, könnte man es gar nicht, wenn man es nicht sehen, aber das geht, wichtig wäre auch hier, die Schraffungen und so weiter einzustellen, aber das mache ich jetzt nicht in dem Tutorial, wie das geht, habe ich schon in anderen Tutorials gezeigt, also, Doppelklick hier drauf, und hat er es übernommen, ne, hat er nicht übernommen, nochmal rein, und nochmal Beton wählen, ein bisschen komisch, ja, normalerweise müsste er es übernehmen, und Doppelklick, jetzt hat er es übernommen, ja, aber Sie sehen, es ist jetzt zwar zugeordnet dem Träger, aber hier, was die Darstellung angeht, gehen wir auf realistisch, passiert gar nichts, ja, und auch das müssen wir noch entsprechend in der Familie einstellen, dass dieser Parameter auch hier mit diesen Sweep-Körbäumen verknüpft wird, ich wechsle das wieder in die Familie, und gehe da wieder auf eine 3D-Ansicht, und klicken wir hier diesen Körper an, ja, eines von beiden, ich nehme jetzt mal, das ist jetzt hier dieser, mit dieser, der Wute ist es der, und da sehen Sie hier das Material, hier nach Kategorie, das ist quasi ein Parameter dieses Körpers, und den kann ich natürlich jetzt wieder hier festsetzen, ich könnte theoretisch hier ein Material fix zuordnen, das hätte allerdings dann den Nachteil, dass ich dann in meinem Projekt nicht mehr ändern kann, ich müsste jetzt mal in meine Familie reinrennen, um das Material zu ändern von meinem Träger, das ist natürlich eher ungut, sondern ich tue es wieder mit dem Parameter verknüpfen, und es gibt ja bereits den Parameter, habe ich auch schon verwendet, hier tragendes Material, als Exemplarparameter, der ist bereits in unserer Familie integriert gewesen, man könnte den sogar löschen, ja, das geht glaube ich, ja, den kann man löschen, den übrigens nicht, ja, der ist ausgegraut, die Länge muss bleiben, aber den kann man theoretisch raushauen, oder? Sag ich, was falsch ist? Ne, der geht auch nicht raus, der muss auch drin bleiben. Na, okay, ich nehme es zurück, der muss gesetzt werden, und deswegen werde ich jetzt einfach diese Materialeigenschaft mit dem Parameter hier verknüpfen, und dann wird das auch, kann man das auch extern dann steuern, also klicke das Ding wieder an, gehe hier auf, tragend, ne, auf Material, und klicke hier auf diesen Schalter hier, auf diesen kleinen, und tue das hier zuordnen, und dasselbe mache ich dann mit dem anderen Körper, kann ich den ja auswählen, das war jetzt, dieser, okay, der ist schon zugeordnet, jetzt gehe ich einfach wieder auf Sichtbarkeiten, auf Vorschau ein, und gehe hier auf Mittel, jetzt kann ich den Körper besser auswählen, jetzt nehme ich noch diesen, und tue das auch entsprechend zuordnen, hier war es, ah, hat er eh schon, ah, komisch, tragendes Material, hat er hier zugeordnet, okay, bei dem hat er es, und, bei dem noch nicht, hier, soll ich noch machen, so, tragendes Material, fertig, ja, es ist immer schwer, wenn die Körper so übereinander liegen, die verschiedenen Detaillierungsgrade, die immer entsprechend auszuwählen, deswegen verwenden sie einfach hier dann die Vorschau, für den Detaillierungsgrade, und dann geht das ganz gut, so, jetzt haben wir das zugeordnet, für die Modelllinie, brauchen wir das nicht wirklich, weil die hat sowieso, die hat auch die Eigenschaft gar nicht, ja, also das, wenn Sie hier schauen, die ist ja wirklich schon eine Modelllinie, eine symbolische Darstellung, da gibt es die Möglichkeit, dass man gar nicht das Material zuzuordnen, hier geht es wirklich nur um die Darstellung letztendlich, ja, und die Materialdarstellung, wie Schraffur, oder eine Textur, macht natürlich nur Sinn, bei, bei geometrischen Elementen, die auch geschnitten werden können, und so weiter, im Übrigen fällt mir gerade ein, die Sichtbarkeit bei der Modelllinie, das können wir eigentlich, sehen wir das nur von vorne und hinten, im Grundriss und Deckenplan, links, rechts, macht keinen Sinn, ja, das können wir ausschalten, so, wieder ins Projekt laden, System überschreiben, passt, bestehende Version überschreiben, ja, und schauen wir uns wieder in 3D an, hier war es, und jetzt können wir mal auf realistisch gehen, dann sehen wir nichts, ach so, haben wir kein Material zugeordnet, hier, Tragenmaterial nach Kategorie, muss man noch machen, und, hier müssen wir jetzt reingehen, ich hoffe, man könnte es auch wieder verknüpfen, mit dem Parameter, mache ich auch in dem Fall nicht, ja, ich wähle jetzt hier den Beton aus, und klicke hier raus, und jetzt sieht man hier, wie er das entsprechend übernimmt, man sieht hier, dass er hier übernimmt das nicht, ja, wir haben ja bei dem alten Träger nichts geändert, und wenn ich jetzt hier umschalte, wieder auf, auf Fein, dann übernimmt er auch hier diese Textur, und dasselbe natürlich dann auch gelten, wenn Sie jetzt hier mit, mit entsprechenden Schrafforen arbeiten würden, und so weiter, wenn Sie den Träger, dann in der Geschichten Darstellung hätten, ja, wie gesagt, bei dem Material ist noch nichts eingestellt, aber das können Sie ja noch korrigieren, jetzt haben wir, glaube ich, fast alles gezeigt, was wichtig ist, wir können jetzt auch hier noch den alten Träger löschen, ich habe ja gesagt, machen Sie das ganz, ach nee, nee, ganz wichtig, habe ich hier vergessen, was ganz, ganz wichtig ist, nämlich die Parametrik, haben wir noch gar nicht eingestellt, das ist eigentlich der Knackpunkt in der ganzen Sache, und das werden wir jetzt hier nochmal kurz demonstrieren, und zwar, werden wir jetzt hier mal, ich mache es am besten in der Draufsicht, da sieht man es am besten, XY-Ebene, hier ist unser Träger, und wenn wir jetzt auf die Idee käme, ich gehe mal hier auf Drahtansicht, dann sehe ich auch meine Auflage unten drunter, so, hier die Parameter zu ändern, zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ich gehe mal hier auf, wieder auf Verwalten, dann auf globale Parameter, und gebe mal jetzt hier andere Längen ein, zum Beispiel hier vorne, ein Meter, hier hinten machen wir mal, sieben Meter, und gehen auf Anwenden, und dann sehen wir, dass nur die Auflager verschoben werden, aber der Träger bleibt gleich, ich lasse es nochmal zeigen, hier, wenn ich jetzt hier den Träger anklige, der hat eine Länge, oben sehen wir die Länge, die Länge von 9 Metern, ja, jetzt mache ich nochmal hier das selbe Spiel, gehe wieder auf globale Parameter, und werde jetzt hier mal, die Länge noch größer machen, hier in der Mitte, dann die Auflage wandert nach außen, sieht man es noch deutlicher, also mache ich mal eine Länge von 9 Metern, dann sehen Sie, das Auflager wandert nach außen, und der Träger hier bleibt immer noch gleich, das heißt, der ist nicht wirklich parametrisch, hier sind wir die Länge gleich geblieben, jetzt könnte man natürlich sagen, ich hatte Ihnen das ja vorhin gezeigt, dass ich theoretisch, meinen Träger von, also diesen Träger parametrisieren kann, hier über die Griffe, und die von Auflager zu Auflager ziehen könnte, ich könnte jetzt sagen, ja eigentlich gehört der hier hin, ja dieser hier hin, und, aber wie mache ich es mit der Auskragung, das wird dann schwierig, ja, das wird jetzt zwar, so werden normalerweise richtig verlegt, ja, wenn man es jetzt manuell machen würde, jetzt könnte ich hier noch sagen, na gut, ich habe ja hier die Möglichkeit, das so zu machen, ja, so, und hier den Griff so, hier rauszuziehen, ja man sieht schon, ich kann ja, hier erscheint kein Schlosssymbol, ich kann ja nicht einrasten lassen, aber auch wenn ich jetzt hier die Parametrik ändern würde, gehe wieder auf Verwalten, globale Parameter, und mache jetzt mal wieder eine Änderung hier rein, zum Beispiel wieder 8 Meter, da werden Sie sehen, da passiert wieder nichts, ja, ja, na doch, jetzt geht es mit, okay, Vorführeffekt, das geht schon bis zu einem gewissen Grad mit, ja, aber, nicht wirklich, und was auch noch problematisch ist, ist eventuell, dass er hier die Gesamtlänge nicht unbedingt ändert, sind wir bei 8 Metern, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt hier auf, wieder mal länger mache, das ganze System, also wieder auf Verwalten, Projektinformation, ach Quatsch, Projektinformation, globale Parameter, was haben wir jetzt hier gesagt, 9 Meter wieder zurück, also merken Sie mal, die Gesamtlänge vom Träger war 8 Meter, das geht auf 9 Meter, ja, das macht er jetzt schon, gut, das würde normalerweise auch genügen, aber wir müssen aufpassen, das Ding ist 9 Meter, ja, aber das ist nur die Länge zwischen den beiden Punkten, ja, aber nicht die Gesamtlänge, also das ist auch nochmal ein Punkt, wo man drauf achten muss, das Volumen müsste trotzdem stimmen, das werden wir mal vergleichen mit MatCat, ich werde jetzt mal die Parameterwerte einstellen, in unserem System, wie man es normalerweise, in unserer Rechnung verwenden, weil da können wir dann das Volumen vergleichen, was wir in MatCat berechnet haben, ich wechsle dazu jetzt wieder hier ins, merken wir kurz, hier ist 1,5, 6,2, 3,1, wechsle ins Revit, geht es hier auf, wieder auf verwalten, wo haben wir es, hier dann globale Parameter und, ach, wollen wir nicht speichern, dann habe ich gesagt, 1,2, 6,2, das war 1,2, 6,2, und 3,1, 3,1, check das Ganze nochmal kurz ab, 1,5, 6,2, 3,1, okay, 1,5 war das hier, so, damit kommen wir in der Gesamtlenke von 10,8, gehen auf anwenden, ja, jetzt sieht man eben schon, was jetzt hier passiert, ja, das meinte ich eben vorhin, ja, wenn Sie das so parametrisieren, dann ist das nicht wirklich sauber, ja, also das funktioniert nicht wirklich richtig, ja, Sie können natürlich jetzt hier über die Griffe, das jedes Mal händisch nachjustieren, und dann mal kurz das Volumen überprüfen, jetzt haben wir eine Länge von 6,2, jetzt zeigt uns mal die mittlere Länge an, und wenn wir hier auf das Volumen gehen, müsste was rauskommen mit 2,48, schau mal, tut man das mal überprüfen, ja, und das hat auch nicht ganz Sinn, nee, Quatsch, das ist 3,132, ist eigentlich viel zu groß, ja, achso, eventuell mal den Träger checken, das ist auch 65,70, passt eigentlich, da müssen wir nochmal gucken, was da los ist, warum er da jetzt hier, das Volumen müsste eigentlich stimmen, müsste eher kleiner sein als größer, weil wenn er mit der Länge hier arbeitet, also 10,8, das muss ich kurz nochmal schauen, ob ich hier im MadCat auch die richtigen, Parameter verwende für das System, 1,5, 6,2, 10,8, passt auch, und da müssen wir eigentlich hier auf 2,48 kommen, und der Träger ist 65,70, müsste eigentlich passen, da müssen wir nochmal kurz die Querschnittsflächen kontrollieren, und dann nochmal gucken, dass eventuell die Maße nicht stimmen, also eigentlich müsste das Volumen stimmen, ja, dennoch haben wir gesehen, dass die Parametrik erstmal nicht funktioniert, und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie Sie die Parameter erstmal zum Laufen bringen, danach tun wir uns das mit dem Volumen nochmal anschauen, wo das Problem liegt, wird also jetzt hier das Ding nochmal löschen, und Ihnen folgenden Trick zeigen, wie Sie das wirklich sauber parametrisieren können, wenn wir Glück haben, stimmt dann auch schon das Volumen, ja, ich glaube zwar eher nicht, aber vielleicht haben wir Glück, und das klappt danach, wenn wir es richtig parametrisieren, und das löscht den Träger nochmal raus, er ist ja im Projekt immer noch drin, ja, und werde ihn jetzt nicht als einzelnen Träger verlegen, wie wir es bisher gemacht haben, weil da haben wir gesehen, das lässt sich nicht so gut parametrisieren, in unserem konkreten Fall, ja, weil das ein bisschen ein Ausnahmefall ist, sondern wir werden das Ganze als Trägersystem verlegen, ja, ein Trägersystem, das ist quasi ein System von mehreren Trägern, wie zum Beispiel bei einer Decke, könnte das zur Anwendung kommen, dann tun Sie einfach den Deckengrundriss auswählen, dann tut er automatisch dann, in bestimmten Abstand dort entsprechende Träger platzieren, Sie können das aber auch bei Dachflächen machen, ja, da können Sie auch dann theoretisch Sparren, über die Art und Weise platzieren, etc., und in unserem konkreten Fall wollen wir das jetzt hier verwenden, weil das von konkret, das Trägersystem hat dann eine Grundrissgeometrie, und diese können wir wiederum an unsere Systemgeometrie anbinden, machen wir das hier einfach mal, also Trägersystem, dann gehe ich jetzt hier auf Erstellen, Rechteck, und erstelle hier ein Rechteck, und das werde ich jetzt hier noch entsprechend parametrisieren, also hier zunächst hier das Verknüpfen mit den beiden Rasterebenen, die unser Systemanfang, unser Systemende darstellen, damit ist die Länge jetzt, hängt quasi jetzt an unseren beiden Rasterebenen dran, das hat wohl nicht richtig funktioniert, und wir müssen auch dafür sicherstellen, dass es hier genau mittig ist, also sich unsere Mittelachse jetzt symmetrisch anordnet, dazu gehe ich hier auf ausgerichtete Bemaßung, und mache hier eine Bemaßung von außen zur Innenachse nach hier, und sage Equal, jetzt haben wir das gemacht, jetzt müssen wir noch die Einstellung vornehmen vom Trägersystem selber, klicken also hier nochmal, bin noch hier drin, und wähle jetzt hier meinen Träger aus, das ist hier STP 6570, ja, den nehmen wir, und wir müssen hier noch sagen, wie viele Träger sollen hier rein, sagen wir einfach festgelegte Anzahl und 1, bei festgelegter Anzahl und 1 ist das Ding genau in der Mitte, hier kann man noch die Ausrichtung festlegen, ja, die Trägerausrichtung, in dem Fall wird das einfach hier so längs verlegt, ich könnte die auch ändern, und hier das so machen, dann würde er den Träger so hier verlegen, ja, also in dieser Form, wollen wir natürlich nicht, ja, deswegen gehe jetzt hier auf Trägerausrichtung nochmal, und das wieder zu korrigieren, dass es in dieser Ausrichtung, dieser Richtung ausgerichtet wird, so, dann gehen wir hier auf OK, und jetzt liegt hier unser Träger drin, in unserem Trägersystem, ja, das ist das Ganze auch gleich beschriftet, das können wir jetzt, das haben wir vergessen zu deaktivieren, wer will kann das lassen, wer will kann das aber auch wieder löschen, und jetzt tun wir mal kurz hier den Träger, den Träger können wir immer noch individuell anklicken, und hier mal überprüfen, und jetzt haben wir immer noch dasselbe Volumen, also da ist irgendwo noch ein Problem mit dem Profil, ich vermute mal, da sind die Werte falsch eingetragen, wenn wir nochmal durchgehen, die Profilwerte, das ist konstant geblieben, aber wenn wir jetzt die Parametrik ändern, jetzt ist das Ding voll parametrisiert, weil das Ding läuft jetzt über das Trägersystem, wenn wir jetzt hier auf Verwalten gehen, wo haben wir es, hier auf globale Parameter, und jetzt hier irgendwas anderes einstellen, dann ist es jetzt sauber parametrisiert, ich kann es nach vorne schieben, aber auch wieder zurück, das funktioniert jetzt genauso wie wir das wollen, die Länge ist auch, die Gesamtlänge dürfte dann auch gleich sein, haben wir jetzt eine Gesamtlänge von 9,6, vom Träger, wenn wir den hier anklicken, ist das dann hier auch 9,6, auch das passt jetzt hier wieder, ganz wichtig, Sie können den Träger immer noch individuell anklicken, wenn Sie das hier anklicken, tun Sie das Trägersystem auswählen, jetzt können Sie die richtigen anderen Träger reinlegen, oder hier die Einstellung ändern, oder auch die Begrenzung bearbeiten, und wenn Sie hier den Träger anklicken, dann sind Sie wieder genauso im Träger drin, und können den Träger wieder individuell betrachten, wir müssen jetzt noch die Höhe einstellen, gehen also jetzt auf eine Südansicht, Ansichten von Süden, und sehen hier unten den Träger noch, gehen wir mal hier auf Mittel, und klicken den Träger an, nicht das Trägersystem, auf Eigenschaften, und sagen wieder hier, das Ganze unten, ausrichten, und gehen wir wieder auf Grob, Modelllinie passt eh, die ist unten, Träger auswählen, nicht Trägersystem, immer schauen, dass wir den Träger erwischen, jetzt habe ich wieder das Trägersystem, Tabulator-Taste, jetzt habe ich den Träger, und sehen wir die Symbollinie unten. So, das haben wir geklärt, jetzt müssen wir nochmal schnell gucken, woran es liegt, dass die Sache mit dem, dass das Volumen nicht stimmt, dazu lasst du die Aufnahme mal anhalten, und den Fehler suchen, und Ihnen danach den Fehler präsentieren, weil normalerweise, in den Tests war das vorher auch so, hat sich das auch bestätigt, das habe ich das vorher schon mal ausprobiert, war dann auch das Volumen identisch, hier auf dem Revit, mit dem was wir berechnet haben. Ja, den Fehler habe ich mittlerweile gefunden, der war eigentlich sehr trivial, sehr dämlich, ich hatte noch den alten Träger drin, ja, ich habe jetzt mittlerweile rausgelöscht, er hat ja gesagt, tun Sie den Träger ganz am Schluss rauslöschen, das hat auch erklärt, warum das Volumen auf einmal so groß war, ja, weil natürlich der Träger auch Volumen erzeugt hat, der alte originale Träger, und ich zeige noch mal, was ich hier meine, hier ist meine alte Familie, ich gehe noch mal auf rückgängig, hier war der alte Träger noch mit drin, dieser hier, und wenn Sie den rauslöschen, das sollten Sie ja ganz am Schluss machen, der ist ja im Prinzip nur zur Kontrolle drin gewesen, dann passt auch wieder das Volumen, ja, ich kann es gerne noch mal zeigen, demonstrieren, das sollte auch bei Ihnen dann übereinstimmen, das ist eine schöne Form der Kontrolle, Sie klicken hier den Träger an, aufpassen, das Träger, den Trägerwüchner, das Trägersystem, mit der Tabulatortaste können Sie umschalten, zwischen Trägersystem und Träger, jetzt habe ich den Träger individuell angeklickt, ich sehe, ich habe hier ein Volumen von 2,84, wenn ich jetzt ins MatCat wechsle, wo wir das Ganze händisch nachgerechnet haben, sind wir hier bei 2,48, und wenn wir jetzt nochmal eine Stelle nach dem Komma noch hier ergänzen, gehen wir hier auf mathematische Formatierung und sagen hier drei Stellen nach dem Komma, dann sehen wir hier 2,484, ist dasselbe, also auf die Kommastelle genau, wie hier im Revit, ja, also wenn Sie so gearbeitet haben, dann ist das im Prinzip komplett identisch und exakt, ja, nochmal eine schöne Form der Kontrolle, Letzter Punkt, und dann bin ich wirklich fertig, ist nochmal ein Hinweis zu den Auflagern, wenn Sie die Auflager erzeugen, beziehungsweise platzieren, und der Träger ist schon drin, dann beachten Sie bitte folgendes, ich gehe nochmal in die Südansicht, dann sieht man das ein bisschen deutlicher, hier Ansicht von Süden, und gehen wir hier auf Detaillierungsgrad Mittel, und dann ist man den Träger hier ein bisschen nach oben schieben, zum Beispiel, indem ich hier einen Versatz eingebe, von der Ebene, muss ich gucken, wo das hier ist, das ist glaube ich der Z-Versatz, genau, hier unten Z-Versatz, wäre das bei 0, liegt da genauso genau auf der Ebene drauf, also hier auf dieser XY-Balkenebene, ich könnte aber hier einen Versatz eintragen, von sagen wir mal 1 Meter, jetzt sehen wir was hier passiert, jetzt ist der quasi hier oben, und jetzt bleiben die Auflager hier unten, ja, weil, weil sie halt an dieser Ebene hängen, ich könnte aber sagen, ja, wenn ich jetzt die Ebene schiebe, je nachdem wie ich es eingestellt habe, na, okay, dann habe ich noch Abhängigkeiten drin, das ist ein blödes Beispiel, aber ich könnte bei das Auflager anklicken, und sagen, fixieren oben Basis, und jetzt klicke ich das Auflager an, sage fixieren oben Basis, klicke den Träger an, und jetzt hängt das Auflager am Träger, ja, das können Sie machen, wie Sie wollen, das ist nochmal ein Hinweis, ja, was jetzt für Sie wichtiger ist, soll jetzt das Auflager von Ebene zu Ebene gehen, ja, oder soll es am Träger hängen, in unserem Fall ist das eigentlich egal, ja, weil Sie normalerweise, den Träger immer hier auf dieser Ebene haben, aber ich möchte nochmal ein allgemeiner Hinweis, generell, auch wenn Sie später an Modellen arbeiten, dann kann es manchmal auch von Vorteil sein, wenn Sie jetzt, dann kann es auch passieren, dass Sie, dass der Träger nicht immer hundertprozentig auf der Ebene liegt, ja, und dann haben Sie den Vorteil, auch hier zu sagen, okay, ich möchte, dass das Auflager immer am Träger hängt, und dann folgt das sozusagen dem Träger, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine neue Höhe eingebe, zum Beispiel, was soll ich gesagt, zwei Meter, ja, dann sehen Sie hier, das geht entsprechend mit, ja, und dass Sie groß was parametrisieren müssen, ja, da müssen Sie nicht groß rummachen, das ist eine Funktionalität, die ist von Revit, von Haus aus vorgesehen, indem Sie einfach das Auflager anzeigen, sagen, fixieren oben Basis, Sie können aber auch sagen, lösen oben Basis, wenn ich das lösen oben Basis sage, jetzt ist es quasi gelöst, wenn ich jetzt hier, den Träger wieder nach unten setzen, dann geht das nicht mehr mit, zum Beispiel jetzt hier auf 1, ja, dann sehen Sie, das bleibt jetzt wieder hier, wie kann ich es wieder hier unten hinbringen, ganz einfach, Sie klicken das Auflager an, jetzt haben wir hier einen Versatz oben, wir sehen hier, das geht von Basisebene, Basis eben Auflage, oberste Ebene ist XY Ebene Balken, ja, wenn Sie das jetzt hier fixieren, fixieren oben Basis, ja, und jetzt das Auflager anklicken, ja, dann sehen Sie, dass die oberste Ebene immer noch XY eben Balken ist, das können Sie auch nicht ändern, aber der Versatz ist ausgegraut, ja, und, ja, und wenn Sie allerdings das Ganze jetzt lösen, also lösen oben Basis, dann können Sie hier den Versatz wieder eingeben, und Sie können theoretisch sogar parametrisieren, aber, wie gesagt, ich habe es ja gezeigt, es ist nicht notwendig, ja, Sie können einfach das mit dem Träger verknüpfen, und dann, dann läuft das immer mit dem Träger mit, in unserem konkreten Beispiel ist das eigentlich auch nicht notwendig, weil wir die Höhen nicht mehr ändern wollen, ja, ich wollte nur versuchen, das Tutorial so zu machen, dass ich Ihnen auch zeige, ein paar Sachen, die jetzt über das, über unser konkretes Betonprojekt hinausgehen, wenn Sie auch mal andere Sachen damit modellieren wollen, ja, in diesem Workflow. Jetzt würde ich gerne zurücksetzen, also hier den Versatz nehme ich wieder raus, auf Null, und gehe auf Anwenden, und auch den Träger nehme ich auch wieder auf Null, wo war das, hier Z, hier unten, Null, und damit passt das wieder. Wie gesagt, das ist, ich habe die Parametrik hier etwas umfangreich betrieben, um auch den Workflow ein bisschen allgemeiner zu halten, nicht zu sehr speziell auf unser Projekt. Wichtig ist, dass Sie, wenn Sie das Ganze selber ausprobieren, natürlich so weit mitgehen, wie das erforderlich ist für unser Projekt, ja, also was ich gerade gezeigt habe hier, dass die Höhe, dass sich die Höhe ändert, ist eher unwesentlich, das muss nicht unbedingt sein, ja, aber was passen sollte, wären diese Parameter, die sollten funktionieren, weil die können sich durchaus ändern, das macht Sinn, innerhalb unseres Projektes, was auch passen sollte, wäre die symbolische Darstellung, ja, die sollte auch passen, ja, die ist halt, mittel war das, nicht grob, ja, das sollten Sie schon mitmachen, aber Sie müssen bei der symbolischen Darstellung nicht zwangsläufig das Ganze mit dem Parameter verknüpfen, wie ich es hier gemacht habe, so dass ich hin und her schalten konnte, zwischen mittlerer Darstellung, äh, jetzt muss ich den Träger auswählen, jetzt habe ich den Träger, zwischen mittlerer Darstellung und, äh, und unterer Darstellung, und unten, und Darstellung der Symbollinie unten, es wäre durchaus auch, äh, ausreichend, wenn Sie einfach sagen würde, ich gehe jetzt in mein, in meine Familienvorlage, für meinen Träger, jetzt mal gucken, wo die jetzt hier ist, das ist hier in die Ansicht von vorn, und pack einfach die Symbolie hier unten rein, und sage, die ist bei mir ständig hier unten, und lasse diese, diese Parametrik weg, würde auch für unser konkretes Projekt ausreichen, ja, äh, das sind im Prinzip ein paar kleine Sachen, die ich hier noch gezeigt habe, die über den Projektrahmen durchaus auch hin ausgegangen sind, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und viel Spaß beim selber ausprobieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020